Beim VfB Stuttgart ist so einiges los. Auf der einen Seite Champions League Platz, Nominierungen für die deutsche Nationalmannschaft. Auf der anderen Seite neuer Aufsichtsratsvorsitzender, große 50 plus 1 Fragen. Wir wollen beides hier besprechen jetzt hier im Rasenfunk und ich bin froh dafür den perfekten Gast zu haben. Benni Hoffmann ist hier vom Kicker. Er hat unter anderem das Buch Kapital oder Kurve geschrieben. Jetzt geht's los. Und nun der Rasenfunk. Wir haben aber auch einen Lauf, wir haben ein gewisses Selbstverständnis, wir haben Selbstvertrauen, eine Überzeugung in den Dingen, die wir tun. Und dann kommen auch solche Leistungen zustande. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Der VfB, er hat einen Lauf, aber nicht nur auf dem Platz. Benni, schön, dass du hier bist. Schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist. Hi Max, danke für die Einladung. Du hast das Buch geschrieben, Kapital oder Kurve? Und du bist ja aber auch sportlicher Berichterstattender. Freut man sich als jemand, der so tief drin ist in den ganzen Themen rund um den Platz, dass der VfB da nie aufhört, Geschichten zu schreiben? Oder hättest du jetzt auch mal eine sportliche ruhigere Phase genommen? Ich meine, neben dem Platz ruhigere Phase? Grundsätzlich finde ich ja das Geschehen neben dem Platz und hinter den Kulissen mittlerweile fast schon interessanter als das Geschehen auf dem Platz häufig. Das ist übrigens nicht nur beim VfB so. Und insofern habe ich immer wieder Freude daran, auch über diese Themen zu berichten, klar. Aber es ist schon, also wenn man böse sein möchte, typisch VfB, dass selbst in der sportlich besten Phase, ich meine, man hat einen besseren Punkteschnitt als in der meiste Saison, dass sogar in der besten Phase eigentlich die Nebenthemen fast größer sind. Ja, typisch VfB, ja, in jedem Fall. Vielleicht auch ein bisschen typisch Traditionsverein, wobei es beim VfB, glaube ich, schon nochmal ein bisschen krasser ist, wenn man sich jetzt die Situation einfach vergegenwärtigt. Du hast es ja gesagt, also die sind sportlich super erfolgreich. Das hat denen kaum jemand zugetraut. Sie spielen ja nicht nur erfolgreichen Fußball, sie spielen auch wahnsinnig schönen Fußball. Also am Samstag in Sinsheim, diese erste Halbzeit, das war wirklich vom anderen Stern. Also ich finde, das war stilprägend, was die da gemacht haben. Und ja, ansonsten, du hast es ja immer, bei Traditionsvereinen wird gezerrt, ob das jetzt ein 1. FC Köln ist, ein HSV, selbst Eintracht Frankfurt, wo man es ja in den letzten Jahren geschafft hat, alles relativ ruhig zu halten. Auch da gab es ja mal, wir erinnern uns an den letzten Sommer, Gezerre, Philipp Holzer, Aufsichtsratvorsitzender und Kleininvestor auch, oder gar nicht mehr so Kleininvestor oder Kleinanteilseigner bei der Eintracht, über einen Verein oder über eine eigene Gesellschaft sozusagen, die er mit anderen Leuten betreibt. Und eben auf der anderen Seite Axel Hellmann, der mächtige Mann im Vorstand bei der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Also du hast es schon immer wieder, beim VfB wirkt es ein bisschen geballt. Vielleicht liegt es auch daran, dass dort, man rühmt sich ja immer dieser starken Wirtschaftskraft der Region, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass da sehr, sehr viele regionale, wirtschaftlich starke Player sind, die sich dann natürlich auch ein Stück weit im Lichte eines möglichst erfolgreichen Bundesligisten sonnen wollen. Weil darum geht es ja auch ein Stück weit beim Thema Investitionen in den Fußball. So ehrlich müssen wir ja sein, glaube ich. Ja und dann aber gleichzeitig natürlich, das hast du auch in deinem Buch zitiert, Es ist zwar eine wirtschaftlich starke Region, aber sehr viel B2B-Business. Also sprich, dass man zwischen Unternehmen handelt und gar nicht an den Endverbraucher. Da gibt es natürlich die großen Ausnahmen, die Automobilhersteller und so weiter. Aber das darf man nicht komplett vergessen, dass das ja dann eine Branche ist, der bringt das gar nicht so viel, im Fußball zu werben. Weil normalerweise wirst du Reichweite haben, du wirst Aufmerksamkeit haben, du wirst einen positiven Image-Transfer haben, um deine Produkte besser zu verkaufen. In diesem B2B-Bereich, wenn du irgendwie Hersteller von Dichtungen für Autotüren bist oder so, bei wem wirst du da irgendwie das Image aufbessern, wenn du beim VfB sponserst? Also ist das nicht auch so ein bisschen so ein zu kurz gemachtes Urteil, dass man sagt, da sitzt viel Geld, da sitzt ein DAX-Unternehmen, da müssen doch viele Sponsoren für den VfB liegen? Ja, absolut. Das ist grundsätzlich ein bisschen zu kurz gedacht. Auf der anderen Seite, Image brauchen solche Unternehmen ja trotzdem. Du willst ja auch, Stichwort Markt für Arbeitskräfte, du willst ja auch ein attraktiver Arbeitgeber sein. Da spielt sowas vielleicht schon auch eine Rolle für den einen oder anderen, den du anwerben möchtest, anwerben könntest. Stichwort Fachkräftemangel. Aber so im Detail habe ich mich ehrlich gesagt damit nicht auseinandergesetzt. Du hast natürlich auf der Wirtschaftsseite viele Unternehmen, gerade rund um Stuttgart, in dieser Branche Automotive, die sich natürlich untereinander sehr, sehr gut kennen und die dann auch untereinander sehr, sehr gut vernetzt sind. Und da fällt dann oft ein Dominostein zum nächsten Dominostein. Also im Guten wie im Schlechten. Da sagt dann vielleicht der eine Konzernchef, du pass mal auf, wir engagieren oder wir schrauben unser Engagement beim VfB hoch. Wie sieht es denn bei euch aus und so? Und dann sagt der Nächste, ah ja, stimmt, dann müssen wir auch was tun. Vielleicht kommt da eine Reaktion. Kann aber auch ein bisschen ins Negative natürlich abdriften, wenn sich Konzerne zurückziehen. Vielleicht Konzerne, die auch ein Stück weit am Ende der Lieferkette stehen und die dann natürlich auch einen gewissen Einfluss haben auf die Firmen, die von ihnen ein Stück weit auch abhängig sind. Ja, okay. Ich wollte ja eigentlich noch gar nicht in diesen Wirtschaftspart reingehen, aber das war eine Trigger-Aussage. Ich dachte mir eben, du wolltest doch mit dem Sport anfangen. Wir fangen mit dem Sport an, aber definitiv fangen wir mit dem Sport an. In der Hinrunde, da war der VfB Tabellendritter. Und wir alle, wir haben das ja auch im Rasenfunk besprochen, wir haben gesehen, wie der VfB dort hingekommen ist, wie dominant man gespielt hat. Und die große Frage war aber, wie wird das jetzt in der Rückrunde, wird man das wieder schaffen, jetzt unter anderen Voraussetzungen das zu wiederholen? Jetzt gucke ich auf die Rückrundentabelle. Man ist Tabellenvierter in der Rückrunde, aber punktgleich mit dem Tabellendritten. Und insgesamt steht er da, eben immer noch Rang 3, 56 Punkte. Damit sieben Punkte Vorsprung auf den ersten, nicht Champions-League-Platz. Und die anderen Punkteabstände muss man gerade eigentlich gar nicht so wirklich ausrechnen. Die 16 zu Frankfurt, die sind schon sehr, sehr groß. Wie hat es denn der VfB geschafft, weiter konstant diese Ergebnisse zu liefern? Und ich kann mich jetzt auch an nicht so viele Spiele erinnern, wo man auch sagen würde, mensch, sportlich war das aber ganz schön dünn, aber sie haben 1 zu 0 gewonnen. Naja, sie haben sich von diesem Gerede, irgendwann brechen die ein, halt einfach nicht beirren lassen. Sie sind weiter ihren Weg gegangen, haben weiter durchgezogen. Sie haben auch nicht irgendwie den Teufel an die Wand gemalt, mit Blick auf den Afrika Cup, als ja ihr Top-Torjäger Seru Girassi fehlte und dann ja auch noch ein Stück weit im Anschluss verletzt fehlte. Es hat ganz offenkundig auch nichts ausgemacht, dass mit dann Axel Zagadou einer der wahrscheinlich stabilsten, oder ich würde sagen, wenn man es jetzt rein auf die Kernkompetenz des Verteidigen beschränkt, der stabilste Innenverteidiger der Vorrunde jetzt auch eine ganze Zeit lang schon fehlt. Das hat sie überhaupt nicht zurückgeworfen und das ist, glaube ich, das hat, glaube ich, zwei Gründe. Der eine Grund ist der, dass dieses System, diese Art von Fußball, die Sebastian Hoeneß da etabliert hat in Stuttgart, dass die jetzt nicht ausschließlich von Einzelpersönlichkeiten, von Einzelspielern abhängig ist. Und der zweite Grund ist für mich einfach, wir haben eingangs, glaube ich, im Intro Sebastian Hoeneß mal kurz gehört, da hat er was über das Thema Lauf und Selbstvertrauen gesagt. Ich finde, da ist schon was dran. Das ist eine sehr einfache Wahrheit, klar, aber wir kennen es doch selber aus dem Leben irgendwie. Wenn mal alles irgendwie so gut läuft und so, dann gelingen einem auch Dinge, wo man vielleicht gesagt hätte, zwei Wochen vorher, man war in einer schlechten Phase, keine Ahnung, die gelingen einem vielleicht nicht. Und da gelingt es halt. Ja, ein sehr gutes Beispiel war dafür, der 3-2-Sieg in Wolfsburg, wo man insgesamt sieben Schüsse hatte und drei aufs Tor und die waren halt alle drin. Und man war zwar dominant und so weiter und hatte den Ballbesitz, das ist ja typisch für den VfB in dieser Saison, aber man konnte auch relativ einfach eine Argumentation fahren, in der man sagt, naja, also an einem anderen Tag geht das hier 2-2 aus und so richtig gegenargumentieren konnte man nicht. Aber das ist eben gerade die Qualität. Jetzt hast du schon die Abwesenheit von Gerasi und von Zagadou angesprochen. Lass mal kurz bei Gerasi und dem Angriff bleiben. Welche Rolle spielt UNDAF und auch der Fakt, dass Sebastian Hoeneß es geschafft hat, beide gleichzeitig aufs Feld zu stellen? Das war ja in der Hinrunde, hieß es ja immer noch Gerasi oder UNDAF. Ja, wobei ich glaube, da muss man schon sagen, dass das in der Hinrunde, man darf nicht vergessen, dass sich Dennis UNDAF kurz nach seiner Ankunft in Stuttgart ja mehr oder minder schwer verletzt hat. Also das war jetzt kein Muskelfaser, das war schon etwas Heftigeres. Innenband, Knie war betroffen, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege. Also der ist schon einige Wochen ausgefallen. Und ich glaube, man tut sich selbst als Trainer und vor allem auch dem Spieler keinen Gefallen, wenn man ihn dann sehr schnell wieder über 60 bis 90 Minuten reingejagt hätte. Grundsätzlich war ja auch mal eine der Ideen, dass Dennis UNDAF ja eher ein Gerasi-Ersatz ist. Das ist richtig. Für den Fall, dass Gerasi im Stile eines Kolumuani irgendwie rund um den 31. August den Verein noch in der Nacht- und Nebelaktion verlässt, was ja dann aus heutiger Sicht, muss man sagen, Gott sei Dank nicht so gekommen ist. Also UNDAF ist, die beiden ähneln sich natürlich ein Stück weit, aber UNDAF ist schon auch ein anderer Spielertyp, der, und auch Gerasi ist nicht so diese, diese totale Nummer 9, die jetzt irgendwie nur fixiert ist auf das Strafraumspiel oder so. die lassen sich beide sehr, sehr häufig in den Zehnerraum zurückfallen. Das war zum Beispiel jetzt auch beim 3 zu 0 in Hoffenheim sehr, sehr häufig der Fall. Und das war nicht so, dass das nur einer jetzt gemacht hätte, sondern das haben eben beide permanent gemacht. Also wenn mal die Achter oder auch die Bahnspieler keine Optionen mehr hatten auf ihrer Seite sozusagen, dann hast du sehr, sehr oft den Fall gehabt, dass einer von den beiden in den Zehnerraum zurückgeht, prallen lässt. Fand ich übrigens bedenklich, ehrlich gesagt, auf der anderen Seite, dass die TSG das nicht nach 5 Minuten gemerkt hat und auch viel zu selten irgendwie nachgedrückt ist, weil diesen Spieler mit dieser Qualität, den muss ich eigentlich da wirklich, also der muss den Atem im Nacken spüren und dann hast du vielleicht eine Chance, den da irgendwie zu verunsichern und vielleicht auch mal vor ihm an den Ball zu kommen. Das ist kaum passiert, das haben sie überhaupt nicht unterbunden. Aber wir wollten ja über Unterf und Gerasi sprechen. Warum sollen die beide nicht gemeinsam auf dem Feld agieren? Mio, der in der Hinrunde, oder auch Jong, die in der Hinrunde dann häufig sozusagen diese Zehnerposition in dem 4-2-3-1 gespielt haben, das sind komplett andere Spieler als jetzt Unterf. Unterf ist schon auch der Stürmer, den du reinschicken kannst, aber er ist jetzt nicht festgelegt auf die Neunerrolle und das ist Gerasi aber auch genauso wenig. Da kann man so ein bisschen Anleihen an die Vorsaison machen, da war Gerasi oftmals vorne allein auf weiter Flur, ja, die hatten noch Luca Pfeiffer, das ist ja ein richtiger Zentrumstürmer, der mit Verlaub häufig auch etwas schwerfällig wirkte, einfach meines Erachtens nicht das Tempo hat, um in der Bundesliga auf dem Niveau bestehen zu können und da hast du schon sehr, sehr oft auch gemerkt, dass Gerasi diese Rolle des verkappten Zehners einnimmt, also so irgendwo zwischen Mittelstürmer und Spielmacher. Und gleichzeitig hat es ja Sebastian Hoeneß geschafft, so langsam den VfB Stuttgart weiterzuentwickeln, also eben, du hast ja jetzt hier eine der Entwicklungen schon besprochen, aber da gab es ja noch mehr. Es ist ja nicht so, dass es keine Rückschläge gegeben hätte innerhalb dieser Saison, sie waren eben nur in den Ergebnissen nicht so sichtbar und deswegen übersieht man die dann vielleicht eher so beim Blick auf den VfB. Wenn du jetzt mal versuchst zu vergleichen, ich meine, wir hatten jetzt mit dem TSG Auswärtsspiel, das ja eigentlich nach dem Spiel war, hatten wir natürlich ein extremes Beispiel, ich glaube, Sebastian Hoeneß hat auch eine Formulierung verwendet wie eine der besten Halbzeiten, die wir bisher gespielt haben, damit meinte er die erste, aber wenn du mal das vergleichst mit eben dem VfB aus dem Herbst, aus dem Winter, welche Weiterentwicklungen gibt es da? Naja, ich glaube einfach tatsächlich dieses Selbstverständnis, sein Spiel dann auch wirklich durchzuziehen, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also es gab ja auch mal ein Spiel gegen Bayer Leverkusen, wo man ja wirklich sagen muss, beide Mannschaften auf einem wahnsinnig hohen Niveau, ja, du hattest ja, du hattest ja ganz Anfang, ganz zu Anfang der Saison zum Beispiel auch mal ein Spiel bei RB Leipzig, da hat der VfB 1 zu 0 geführt und ist dann übelst abgerieben worden, auch völlig zu Recht, da hast du gedacht, okay, das ist halt jetzt wieder der VfB, wie er leibt und lebt irgendwie und davon haben sie sich aber nicht beirren lassen, da hat der Spielplan natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen, finde ich, sie hatten, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege, so in den ersten, also zum Einstieg in die Saison halbwegs, also dankbare Gegner, klingt jetzt ein bisschen despektierlich, so meine ich es gar nicht, aber sie hatten jetzt sicherlich nicht das schwerste Auftaktprogramm, das muss man schon sagen, so und dann kommt eben in diese Thematik Lauf, finde ich, rein und beim VfB muss man schon noch mal eine Sache, finde ich, herausstellen, die kommt mir häufig zu kurz, für diese Art und Weise, wie Sebastian Hünis Fußball spielen will, brauchst du einen Torhüter, der auch Fußball spielen kann, weil du eben den Gegner häufig lockst und dadurch natürlich Räume aufgehen und das kannst du aber wirklich nur, wenn du einen Torhüter hast, der wirklich auch mit dem Ball am Fuß was anfangen kann. Das war leider in der vergangenen Saison eben nicht der Fall. Auch Fabian Bredlow, der im Saisonfinale dann wieder reinkam, der ist nicht auf dem Niveau, wie es jetzt Alex Nübel ist. Mit dem kannst du wirklich Fußball spielen. Der spielt einen Ball von hinten raus, dem kannst du auch mal in einer, wie sagt man so schön, in einer brenzligen Situation dem Ball anvertrauen und der klopft den Ball trotzdem nicht blind nach vorne, sondern sucht eigentlich immer eine spielerische Lösung, versucht dann vielleicht auch mal durch eine Linie durchzuspielen, nimmt dabei auch ein hohes Risiko, aber immer so, dass es, finde ich, vertretbar ist und das macht natürlich viel aus und ich glaube, diese Abläufe, die musst du natürlich jetzt auf der anderen Seite als Innenverteidiger auch ein Stück weit erst lernen und da musst du dich dran gewöhnen, dass du jetzt plötzlich einen Nübel dahinten stehen hast, den du auch mal in den Aufbau besser mit einbeziehen kannst. Flo Müller, der ja in der vergangenen Saison neben Bredlow eigentlich eigentlich die Nummer 1 war, den halte ich fußballerisch eigentlich auch für ordentlich. Flo Müller hatte, glaube ich, aber immer das Problem, dass er, wenn er mal so einen leichten Wackler oder Patzer hatte, der hat sich davon häufig ein bisschen beeinflussen lassen, umwerfen wäre jetzt zu stark, er war trotzdem einigermaßen stabil, aber du hast es ihm schon angemerkt, dass das irgendwas mit ihm macht und dass er dann weniger selbstbewusst war und dass er dann weniger eben dieses Spiel von hinten rausgesucht hat, sondern dass er einfach froh war, wenn der Ball weg ist. Das ist so mein Eindruck und das ist bei Nübel ehrlich gesagt überhaupt nicht der Fall. Wenn der mal einen Fehler macht, der schüttelt das schnell ab und funktioniert dann wieder und ich glaube, daran musstest du dich auch ein Stück weit gewöhnen als Feldspieler des VfB und ich glaube, das ist jetzt gewachsen über die letzten Wochen und Monate und nochmal stärker geworden über die letzten Wochen und Monate und ich glaube, das spielt schon eine sehr, sehr zentrale Rolle. Und dann auch die taktische Flexibilität vielleicht von manchen Spielern. Also ich fand es interessant, Maxim Mittelstädt hat linker Innenverteidiger gespielt gegen Hoffenheim, hast du aber insofern nicht so oft gemerkt, weil wenn im Ballbesitz und das war eigentlich so der Default-Zustand dieses Spiels, dann war Maxim Mittelstädt natürlich auf seiner vorgerückten Position, aber auch Angelus Stiller zum Beispiel lässt sich ja immer mal wieder in die Kette fallen, da hat ja auch Sebastian Hoeneß dann in der Pressekonferenz auch Bezug drauf genommen. Ist das vielleicht so der Schlüssel, dass man auch die wenigen Ausfälle, die es gab, egal ob durch Abwesenheit oder Verletzung, so gut kompensieren konnte, dass eben auf den entscheidenden Positionen und das sind eben einmal die Aufbaupositionen, dann hast du die beiden Sechse, die eben auch zum Aufbau dazugehören, aber dann ist es ja extrem wichtig, was passiert auf den Flügeln, weil da wird der Gegner gebunden und deswegen wird es so schwierig auf die Bewegung im Zentrum zu reagieren. Also ist das vielleicht so der zweite Schlüssel gewesen, neben eben zum Beispiel Alex Nübel, dass man es so konstant durch diese Saison durchgeschafft hat bisher? Ja, da ist sicherlich was dran. Also gerade bei Stiller merkst du halt, der macht ein Spiel, egal ob er jetzt auf seiner angestammten Position 6, 8 agiert oder ob er es eben von hinten heraus macht, der macht ein Spiel unheimlich schnell. Der spielt wahnsinnig häufig mit einem Kontakt, ist mir jetzt in Hoffenheim auch beispielsweise bei Hiroki Ito aufgefallen, der auch sehr, sehr oft mit nur einem Kontakt agiert. das ist schon ganz, ganz wichtig. Du hast ja mit Karasor neben Stiller dann auch noch einen Spieler, der eigentlich ja diese Rolle als Zentrumspieler einer Dreierkette schon ausgeführt hat, auch über einen längeren Zeitraum, der auch das immer mal wieder einnehmen kann, dann eben im Wechselspiel meinetwegen mit Stiller, auch das ist ja möglich. Sie haben sich ein Stück weit unabhängig gemacht von einzelnen Spielerpersönlichkeiten. Ja, das ist schon der Fall. Natürlich würde auch das nicht funktionieren, wenn du nicht die entsprechenden Nachrücker hättest im Kader. Das ist ja logisch. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Also wenn du jetzt da permanent irgendwie einen 18, 19-Jährigen komplett ohne Bundesliga-Erfahrung reinschmeißen müsstest und das vielleicht auf drei, vier Positionen, dann würdest du natürlich auch da ein Stück weit glaube ich an Grenzen kommen, aber so funktioniert das meines Erachtens und gerade was Mittelstädt halt angeht, da hast du ja eben auch wieder diesen Fall. Aus heutiger Sicht muss man ja echt sich beim Blick auf Hertha BSC fragen, ohne dass ich das, ohne dass ich das, auch das ist wieder überhaupt nicht respektierlich gemeint, aber warum war eigentlich Marvin Plattenhardt bei Hertha BSC auf der linken defensiven Seite immer gesetzt. Also jetzt abseits von seiner unfassbaren Standardstärke, das war ja so, ich glaube Felix Maggert hat damals nach der erfolgreichen Relegation gesagt, die habe man halt gewonnen wegen der Standards von Marvin Plattenhardt. Ich glaube das eine Spiel, auf das hat er damals Bezug genommen, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege und da ist natürlich auch was dran, aber wenn du jetzt den Mittelstädt siehst, wie du hier in Stuttgart spielst, zu Recht auch für die Nationalmannschaft nominiert, dann kann man sich schon die Frage stellen, warum hat das eigentlich keiner so richtig erkannt und dem dauerhaft irgendwie diese Rolle irgendwie in Berlin schon gegeben. Ja, also wer dich versuchen müsste es zu beantworten, weil ich weiß, Hertha-Fans treibt diese Frage sehr um. Ist das so, ja? Bei Hertha lief der Spielaufbau, ja, ja, total, bei Hertha läuft der Spielaufbau oder lief der Spielaufbau in der Zeit von Maxim Mittelstädt da war, sehr häufig über die Flügel. Das heißt, du hast als Außenverteidiger in einer relativ tiefen Position den Ball bekommen und dann war es deine Aufgabe, den nach vorne zu bringen über Pass oder Dribbling und da hat halt Maxim Mittelstädt immer wieder Fehler gemacht und Marvin Plattenhardt war da meiner Meinung nach schon stabiler, passsicherer und hat sich auch nicht so schnell aus dem Zweikampf rausdringen lassen. Aber diese Rolle hat Maxim Mittelstädt lange beim VfB ja gar nicht gespielt, weil er viel weiter vorne postiert war. Dass er jetzt allerdings auch einen linken Innenverteidiger spielt und da keinerlei Fehler macht, zeigt halt A, definitiv ein Lauf und ein Selbstbewusstsein, aber vielleicht auch, dass Sebastian Hoeneß einfach sehr gut darin ist, Spieler weiter zu entwickeln, ihn neue Fähigkeiten oder vielleicht vorhandene Fähigkeiten zu stärken und ich glaube, die Abläufe sind auch einfach klarer beim VfB Stuttgart. Es gibt so vier, fünf Möglichkeiten, wie aufgebaut wird und da findet man sich dann, glaube ich, ganz gut zurecht, weil man reagieren kann auf die Art und Weise, wie man angelaufen wird. Ja, das mag sein und nochmal, ich glaube, unterschätzen darf man das Thema Selbstverständnis insgesamt auch nicht. Du kommst in eine positive Phase und es läuft und du hast ein gewisses Selbstverständnis und das entwickelt sich weiter. Gutes Thema ist dann meines Erachtens auch Chris Führig, der, das ist so ein klassischer Laufspieler für mich, der hat mal Phasen irgendwie, also der ist nie, der war auch letzte Saison zum Beispiel, der war immer wahnsinnig umtriebig, das ist ein Spieler, den ich gerne zuschau, weil es so ein richtiger Zocker ist, der immer das Eins gegen Eins sucht und der ist auch, wie gesagt, in Phasen, in denen er eher überschaubare Scorer-Werte hat, umtriebig, fleißig, du kannst ihm eigentlich nichts vorwerfen, aber er trifft, er traf häufig dann falsche Entscheidungen. Nochmal einen Haken statt Abschluss oder halt Abschluss zu früh oder Abschluss statt querlegen und so weiter und so fort und jetzt trifft er eigentlich häufiger die richtigen Entscheidungen und das eigentlich permanent über die ganze Saison, also man hat es glaube ich auch zuletzt gesehen, da hatte er eine Situation, es war vor diesem 1-0 von Millau, da hatte er eine Situation, da könnte er auch weiterziehen aufs Tor, stattdessen sucht er den Pass zu, ich meine Undaf oder Stiller, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich wette, vor einem Jahr hätte der sein Dribbling weitergeführt, da bin ich mir relativ sicher, also lässt sich jetzt nicht beweisen, am Ende stand ein wunderbares Tor so und wer weiß, wie es anders gekommen wäre, keine Ahnung, vielleicht hätte er vier Leute stehen lassen, aber ja, so kam es ja nicht. So kam es nicht und jetzt sind wir in der Crunch Time der Saison, also jetzt sind es dann noch acht Spiele und logischerweise, das war ja schon zu Beginn der Rückrunde so, es gab relativ viele Unkenrufe, also ja, lass die mal zwei, drei Spiele verlieren, mal gucken, wie es dann weitergeht, der Afrika Cup, lass mal gucken, wie es ohne Gerasi wird, ja, jetzt werden ja alle Interesse an den Spielern haben und am Trainer, mal gucken, wie es dann wird und in diese Spekulationen hinein platzt dann zum Beispiel die Vertragsverlängerung von Sebastian Hoeneß. Glaubst du, dass das ein wichtiges Signal war und findest du das auch ein richtig gesetztes Signal, weil damit sind ja auch sehr wahrscheinlich, ist damit ja auch Geld verbunden, was man mehr ausgeben wird, egal ob jetzt in ein mutmaßlich gestiegenes Gehalt, als auch in eine Abfindung. In der Regel ist es ja so, dass ein Trainer seinen Vertrag nicht erfüllt und man sagt ja immer, im Erfolgsfall passieren die Fehler. Könnte das ein Fehler gewesen sein, auch wenn das Signal so positiv und toll war? Tue ich mich jetzt schwer mit, das als Nee, glaube ich nicht, weil, sagen wir es mal so, selbst wenn diese Mannschaft jetzt abstürzen würde in der nächsten Saison, also ich glaube, du musst die Gesamtgemengelage betrachten, du wärst mit Hoeneß in eine, also du würdest mit Hoeneß bei Nichtverlängerung in eine Saison gehen mit auslaufendem Vertrag, 20, 25 war glaube ich, genau, 25 wäre der Vertrag ausgelaufen, der jetzt nochmal längerfristig verlängert wurde. Das ist ja grundsätzlich eine Sache, ein Thema, das schwierig ist, das eigentlich von allen Beteiligten immer als suboptimal beschrieben wird, weil du ja immer Spekulationen hast in die eine Richtung, wenn es nicht läuft, oder in die andere Richtung, wenn es läuft. du hast jetzt die Situation, dass ein nicht ganz unattraktiver Klub wie ein FC Bayern, der kurioserweise auch mit dem Namen Hoeneß ein kleines bisschen verbunden ist, wer wüsste das besser als du, einen Trainer sucht, was für Sebastian Hoeneß in meinen Augen noch zu früh käme und ich glaube, das sieht eher ähnlich. So, aber du hast ja womöglich die Situation, dass infolge des Werbens des FC Bayern andere sehr, sehr attraktive Vereine einen neuen Trainer suchen werden. So, und diese Baustelle hast du jetzt erstmal als VfB Stuttgart geschlossen, gesetzt, den Fall, dass das jetzt nicht eine Scheinverlängerung war, einfach nur um die Diskussion zu befrieden und Sebastian Hoeneß da auch sich committed fühlt, ein Stück weit. Zumindest die nächste Saison noch beim VfB Stuttgart zu vollführen und so wie ich ihn, ich habe ihn auch in Hoffenheim erlebt, als er da seine erste Bundesliga-Station hatte, so wie ich ihn da kennengelernt habe und jetzt auch in Stuttgart sehe, ist er da schon sehr ehrlich und das bedeutet ihm auch was. Ich glaube, es würde ihm auch etwas, oder es bedeutet ihm auch sehr, sehr viel, der erste Trainer beim VfB Stuttgart zu sein, womöglich, das ist ja alles noch im Konjunktiv, der mit dem VfB wieder Champions League spielt nach mehr als einem Jahrzehnt, also deutlich mehr als einem Jahrzehnt auf jeden Fall, das ist ihm schon ein Stück weit eine Ehre. Da darf man auch nicht vergessen, dass sein Vater ja eine besondere Beziehung zu diesem Verein hat, Dieter Hoeneß. und das finanzielle Risiko, ja da ist, also da befinden wir uns jetzt natürlich im Bereich der Spekulation, aber ich gehe mal davon aus, dass das Gehalt angepasst wurde, wie man so schön sagt im Fußball sprech und ja, du hast das Thema Abfindung abgesprochen, falls es jetzt doch nicht klappt. auf der anderen Seite Sebastian Hoeneß ist ein junger Trainer, ist 41 Jahre, der hat in Hoffenheim stabil gearbeitet, finde ich, der hat jetzt in Stuttgart bis dato sensationell gearbeitet, selbst wenn es jetzt nächste Saison irgendwie krachend scheitern sollte und man muss irgendwie die Reißleine ziehen, warum auch immer, dann, das ist ein junger Trainer, der will ja wieder trainieren, dann setzt du dich hin und löst auf und natürlich macht dann das eine oder andere Vertragsjahr ein bisschen mehr aus, aber dieses Risiko musst du ein Stück weit natürlich in Kauf nehmen. Womöglich gibt es auch Klauseln, womöglich gibt es auch, also wir zahlen ja mittlerweile oder es werden ja mittlerweile für Trainer, es wird ja sogar für Sportdirektoren ja Ablöse gezahlt, womöglich gibt es auch da Klauseln, ja, etwas, keine Ahnung, ja, wenn Wohlgemut den Hoeneß für für 40 Millionen zum zum FC Arsenal verscherbelt, dann, dann wäre das ein Novo, ja, ich glaube nicht, dass es dann so eine hohe Klausel ist oder wenn es überhaupt eine Klausel gibt, das entzieht sich tatsächlich meiner Kenntnis, aber ich finde das ist nicht, ich finde nicht, dass es ein Fehler ist, weil, und auch das spielt eine Rolle, du hast jetzt einen Zeitraum von in etwa einer Saison, in der diese Mannschaft wirklich, wie sagt man so schön, überperformt, also, lass mich mal kurz in die Vergangenheit zurückgehen, es gab beim VfB, das ist noch gar nicht so lang her, einen Trainer, Typhoon Korkut, der wurde installiert im Herbst 2017 oder im Januar 2018, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, unter diesem Trainer, Typhoon Korkut, also der wurde damals, Hannes Wolf musste gehen, doch ich meine, nee, ich meine, es war im Februar 2018, Februar 2018, Hannes Wolf musste gehen, der Aufstiegstrainer, totaler Sympathieträger, weil der VfB in der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg damals, ja, drohte erneut abzusteigen, so, dann hat man Typhoon Korkut geholt und die haben sich in einen Lauf gespielt und sind, die werden fast noch ins internationale Geschäft eingezogen, die sind, glaube ich, Siebter geworden am Ende und haben Rückrundenzweiter und haben am 34. Spieltag den FC Bayern, allerdings einen dezimierten FC Bayern, mit 4 zu 1 in der Allianz, aus der Allianz Arena geschossen. Für die Bayern, das muss man dazu sagen, ging es um nichts mehr, die waren, die haben, glaube ich, sogar Spieler geschont. Allerdings darf man nicht vergessen, dass beim VfB Stuttgart auch Mario Gomez fehlte, weil damals die Geburt seines Kindes anstand und er seiner Frau im Kreißsaal Beistand leistete. So, 4 zu 1 Sieg, Rückrundenzweiter, Tabellensiebter, aber ehrlich gesagt, für mich gab es da kaum überzeugende Auftritte, also sportlich überzeugende Auftritte, die haben ein Spiel nach dem anderen gewonnen und ich glaube, die haben selbst ein Stück weit gerätselt, warum. Sie haben nicht gut gespielt. Da war sehr häufig Matchglück dabei, du schießt das 1 zu 0 aus der ersten Situation und dann ziehst du dich zurück und hast damals, du hattest mit Donis halt einen super Konterspieler, der unfassbar schnell ist, solche Geschichten, also so und im Endeffekt, das mit Korkut hat ja dann auch nicht mehr so lange funktioniert, der war ja dann auch relativ schnell Geschichte, der damalige Sportvorstand übrigens auch, Michael Reschke und Michael Reschke genau und so und das jetzt wieder bezogen auf die aktuelle Situation, also dass sich, dass Hoeneß den VfB in der vergangenen Saison, den er in der katastrophalen, in dem katastrophalen Zustand, Gesamtzustand übernommen hat, ja, total schlechte Stimmung in der Mannschaft, aber auch im Umfeld, null sportlicher Erfolg, angespannte wirtschaftliche Situation, dass der die echt stringent gerettet hat, mit einer sehr überzeugenden Relegation und jetzt in die Spitzengruppe der Bundesliga geführt hat, das basiert nicht auf 34 Spielen, die irgendwie mit Hängen und Würgen gewonnen wurden, weil halt irgendwie der Gegner einen Scheißtag hat und weil alles läuft, so läuft, wie es laufen muss, dass es dem VfB in die Karten spielt, nee, das basiert auf einem wirklich guten Plan, auf offenkundig wirklich guter Trainingsarbeit und einfach auf guten durchdachten Fußball, da ist eine Idee dahinter, diese Erfolgsserie ist verdient, die hat man sich, also man sieht das ja auch, das ist guter Fußball, so, bei Korkut war es eben, da war es ein Stück weit irgendwie, es war halt viel Glück und so ein Matchglück hast du mal vielleicht auch über zwei, drei Monate, aber du hast es nicht, ich glaube über zwölf Monate kann es vielleicht auch sein, dass du es hast, aber du hast es jetzt nicht, also die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach geringer, das ist dann stochastisch, war ich übrigens grottenschlecht in der Schule, wahrscheinlich verlieren sie jetzt ab nächster Woche, danke Max. Na, nein, nein, jetzt ist ja eh erstmal Länderspielpause, das heißt, wenn die Stuttgarter verlieren, genau, dann bedeutet das, dass Deutschland verliert, denn diese Perspektive hast du jetzt quasi damit gerade aufgemacht, ich spiele mal kurz einen Ton, einen von jemandem, den die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch erkennen, ohne dass ich ihn vorstelle. Generell zum VfB, das ist auch Momentum, wenn man jetzt vom letzten Jahr ausgeht, dann wären wahrscheinlich keine VfB-Spieler dabei, dieses Jahr machen sie das einfach sehr, 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 sehr gut, extrem stabil, viel Spielfreude, sehr, viel Selbstvertrauen und demnach, bin auch ehrlich, man hätte vom VfB noch zwei, drei weitere einladen können, ohne große Probleme, Wagnermann, Stiller, die machen es alle sehr, sehr gut, also da gibt es viele Kandidaten, die auch weiterhin im Fokus stehen, die auch nach wie vor die Chance haben, Richtung AIM auf den Zug zu springen. Es gibt jetzt einen VfB-Block in der deutschen Nationalmannschaft und dieser Ton, der ist so schön für alle VfB-Fans, den musste ich einfach hierher mitbringen, aber ich finde, mit diesem Rückbezug auf Korkut, hast du schon die perfekte Perspektive aufgemacht, die ich jetzt auch noch gerne mit dir besprechen wollen würde, nämlich die Kaderzusammenstellung, denn Korkut, du hast jetzt schon sehr schön rausgearbeitet, diese beiden Trainer sind nicht miteinander zu vergleichen. Okay, dann blicken wir auf die Kader und die Kaderplanung und da ist ja nach dieser Rückgründe von Taifung Korkut etwas passiert, was den VfB dann noch nachhaltig negativ beschäftigen würde, nämlich Michael Reschke hat in einer Pressekonferenz fünf Spieler Neuzugänge verkündet, die alle toll sich lasen und toll aussahen und ich will jetzt auch nicht sagen, dass jeder davon ein Fehlgriff war, aber insgesamt muss man in der Rückschau sagen, da hat sich der VfB verhoben, das hat nicht so funktioniert wie geplant und auch deswegen musste ja Michael Reschke gehen. Wenn ich jetzt dann hier sehe, wir haben vier aktuell nominierte Nationalspieler in der deutschen Nationalmannschaft und aber Julian Nagelsmann sagt, boah, ich hätte auch sechs oder sieben nominieren können, dann zeigt das ja schon, welche Dimension dieser Lauf gerade angenommen hat und wem gehören dafür jetzt die Lorbeeren? Wie viel Mislintat zum Beispiel steckt denn noch in diesem Kader? Das ist jetzt wieder eine fiese Frage, weil die Personale Mislintat nach wie vor sehr heiß diskutiert wird im VfB-Umfeld. Es wird da ja häufig unterschieden in Mislintat Jünger und Mislintat Hasser. Aus heutiger Sicht muss man sagen, da steckt ganz viel Sven Mislintat drin und ich glaube, also es gab jetzt eine Sache, die kann man Sven Mislintat wahrscheinlich vorwerfen und zwar dieses Thema, was auch Werle und Wohlgemut immer mal wieder aufgemacht haben, fehlende Seniorität. Also ein Stück weit Erfahrung auf Bundesliga-Niveau im Umgang mit schwierigen Situationen. Da hatte der Kader unter Mislintat tatsächlich eine gewisse Dysbalance. Das glaube ich, muss man so schon unterstreichen und ich glaube, Sven Mislintat wird das selbst auch einräumen. Auf der anderen Seite hat der Sven Mislintat auch eine sehr, sehr undankbare Aufgabe. Der musste einen bundesligatauglichen Kader zusammenstellen mit sehr, sehr wenig Geld und idealerweise massiv entwicklungsfähigen Spielern, die im Bestfall einen Mehrerlös bei Weiterverkauf garantieren. Also sagen wir mal, ich habe 5 Millionen zur Verfügung, hole dafür zwei Spieler und die sollen am Ende 50 Millionen einbringen. Das wäre ja der Best Case, sagen wir es mal so. Ich glaube, er ist dafür das ein oder andere Wagnis eingegangen. Das sieht man auch an der Zahl, an der hohen Anzahl der verliehenen Spieler, die irgendwie überhaupt nicht gepasst haben, die aber sicherlich alle eine gewisse oder irgendwas mitbringen, was ihn überzeugt hat, weil dass der Talent er entdeckt, das ist ja offenkundig und das ist ja auch unschrittig und das hat er ja jetzt wirklich permanent, also sowohl in Dortmund als auch in Stuttgart unter Beweis gestellt. Im Übrigen, ich finde, auch wenn seine Zeit da sehr, sehr kurz war, auch ein Stück weit bei Ajax Amsterdam, also die spielen jetzt einen anderen Fußball, als sie ihn noch im September, August gespielt haben. Und jetzt, also wenn du jetzt von mir eine Prozentangabe hören willst, das ist natürlich schwierig, aber ich meine, guck dir die Spieler an, die unter ihm gekommen sind, da sind schon einige dabei, genauso sind aber auch einige dabei, die jetzt unter Fabian Wohlgemuth gekommen sind, die ganz offensichtlich ja auch den Bundestrainer überzeugt haben. Maxi Mittelstädt wäre jetzt das Wohlgemuth-Beispiel. Oder Angelus Stiller, wobei da sicherlich Sebastian Hoeneß die treibende Kraft dahinter war. Also insofern, ja, da steckt nach wie vor viel Sven Mislintar drin. Und Sven Mislintar darf sich, wenn der VfB die Champions League erreichen sollte, wonach sie aussieht, dann darf sich das schon ein Stück weit mit auf die Fahnen schreiben. Nübel ist auch noch gekommen jetzt zu dieser Saison, ich glaube, den muss man dann auch noch unter Wohlgemuth Definitiv, diese Torwartpersonale, es stimmt gut, dass du es ansprichst, diese Torwartpersonale, die fand ich einfach schlecht gelöst. Ich kann verstehen, dass man etwas gesehen hat in Flo Müller, umsonst war der nicht eigentlich immer in seinem Jahrgang in den DFB-U-Nationalteams eigentlich fast immer Stammtorhüter, glaube ich, aber irgendwas ist da in der Entwicklung passiert, dass er sich nicht mehr so weiterentwickelt hat, wie man es ihm vielleicht zugetraut hätte. Ich glaube, ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen, er hat sich dann auch ein bisschen beeindrucken lassen von kleineren Wacklern, Patzern, das hat ihn immer ein Stück weit zurückgeworfen und das spielte da, glaube ich, eine Rolle. Diese Personalie hätte man auch anders lösen müssen können, wobei man auch da wissen muss, schon im Januar 2023 hätte Fabian Holgemuth sehr, sehr gerne auf der Torwartposition reagiert, also der sah das auch so, konnte aber nicht, weil es halt daran gefehlt hat einfach. Ja, okay, das geht. Das kommt eben noch mit dazu und da werden wir, glaube ich, jetzt auch dann im nächsten Part noch mehr drüber sprechen über finanzielle Dinge, aber um den sportlichen abzuschließen. Jetzt sind es sieben Punkte Vorsprung auf Leipzig und im Grunde kann man sagen, es geht nur darum, Stuttgart, Dortmund, Leipzig, zwei aus drei werden in die Champions League kommen, einer wird rausfallen. Warum blendest du jetzt Bayern aus? Ja, habe ich noch kurz überlegt, ob ich den Gag noch mache, aber das werden sie schon irgendwie hinkriegen. Da bin ich vorsichtig, optimistisch. Sie spielen ja nicht mehr gegen den VfB, glaube ich. Ah ne, doch, aber dann drei Spieltage vor Schluss, stimmt, auswärts sogar. Hui, das wird lustig. Aber gut, bis dahin sind noch viele Dinge passiert in München. Aber was glaubst du, schafft es der VfB eins von diesen zwei Teams zu sein? Ja, davon bin ich schon überzeugt, weil sie bis dato nicht eingebrochen sind. Warum sollen sie es jetzt im letzten Saisondrittel oder Viertel, muss man ja fast sagen, oder muss man ja eher sagen, Bruch rechnen, super. Da stelle ich mal wieder meine mathematischen Qualitäten, es ist ein Viertel, das ist schon richtig, habe ich schon gut gemacht. Unter Beweis, ja, und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Ich glaube, das wird also dieser Machtkampf, der sich da jetzt abspielt hinter den Kulissen und auf Ebene des Aufsichtsrats und des EV-Präsidiums, der wird da keinen Einfluss drauf haben, weil, sind wir doch mal ehrlich, also glaubt irgendjemand im Ernst, dass Zeru Gerasi weiß, wie die Strukturen, also welchen Einfluss das EV-Präsidium auf die Arbeit der Fußball-AG hat? Ich bin mir sogar Weißt du nicht, dass der alle Stellungnahmen auswendig gelernt hat in den letzten Tagen? Bestimmt, also es gibt sicherlich Spieler, das will ich gar nicht bestreiten, die sich mit dem Thema ein Stück weit auch befassen, aber das Gros der Mannschaft, das sind Fußballer, das sind Zocker und Zocker meine ich wirklich so, das ist vielleicht nochmal ein kleiner Blick in die Historie, die musst du einfach loslassen, die musst du freilassen, die musst du spielen lassen, aber die befassen sich wirklich nicht mit den Strukturen beim VfB Stuttgart und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also das wird die nicht umwerfen. Also du sagst Champions League? Ja, ich sehe halt nicht, warum es anders sein sollte. Ich sehe keinen Grund, warum die jetzt plötzlich einknicken sollten. Ja, genau, bisher ist da tatsächlich wenig zu erkennen. Dann lass uns vom Spielfeld auf den Bereich neben dem Spielfeld wechseln und ich glaube, um zu verstehen, was da jetzt gerade in jüngerer Vergangenheit passiert ist, müssen wir zurückgehen in den Sommer beziehungsweise noch kurz die Klammer darum machen. Also es gab ja schon mal die Ausgliederung beim VfB und da wurden ein Teil der Anteile an der AG, also am Verein, wurden verkauft an Mercedes-Benz und dann gab es immer die Frage, weil es gab noch bis zu 14 Prozent, glaube ich, kann man verkaufen und es war nur ein Teil davon weg, was würde quasi mit den weiteren Prozenten geschehen und da gab es durchaus mal die Überlegung, so ein regionales Markenbündnis zu schmieden aus eher mittelständischen Unternehmen, so ähnlich wie man es zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt hat mit den Adlerfreunden oder Freundes irgendwie so um den Dreh rum. Aus verschiedenen Gründen hat das nicht geklappt, da könnte auch die Pandemie eine große Rolle gespielt haben, die ja gerade in dem Wirtschaftsbereich richtig reingepfiffen hat und jetzt aber vor diesem Sommer gab es das berühmte, ich finde ja diesen Namen so schön, das Weltmarkenbündnis, das können sie, das, das württembergische Weltmarkenbündnis, ja, es ist einfach mit einer Alliteration versehen. Hört sich an, als wäre das jetzt wieder die nächste Rap-Kombo, die über den VfB und das magische Dreieck rappt, aber das hat sich jetzt angebahnt im Sommer und Porsche ist jetzt eingestiegen beim VfB Stuttgart. Ich glaube, wir müssen so weit zurückgehen, denn alles, was jetzt passiert ist, scheint mit diesem Einstieg zusammenzuhängen, so wie wir jetzt wissen, hat Porsche gesagt, ja, wir wollen einsteigen, wir wollen Geld geben, das war für den VfB sicherlich auch für die Lizenzierung zu dieser Saison nicht so schlecht, aber Porsche hatte noch einen weiteren Wunsch offenbar, nämlich der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Vogt, der soll weggehen. Was wissen wir denn darüber, wie genau das passiert ist und welche Zusagen es da von Seiten e.V., von Seiten der AG und so weiter gab? Ja, wir wissen darüber, also es gibt darüber natürlich so ein Stück weit verschiedene Angaben, aber ich glaube, die große stringente Linie ist eigentlich die folgende. Porsche steigt ein, kauft in zwei Tranchen rund 10% am VfB Stuttgart, du hattest vorhin eine falsche Zahl, du sagtest 14% können sie verkaufen, sie können 24,9% verkaufen, genau, sie haben 11,75% an Mercedes-Benz verkauft damals und sie haben noch mal 1, noch was an die Jaco AG verkauft, etwas später, das war so eine kleine Liquiditätsspritze, muss man sagen und jetzt verkaufen sie diese etwa 10% an Porsche in zwei Tranchen. Das wird, ich erkläre das mit den zwei Tranchen später nochmal, weil meines Erachtens ist das schon sehr, sehr wichtig, dass es in zwei Tranchen läuft, sodass am Ende in etwa 22% verkauft sein werden. Dass du jetzt beim Addieren der einzelnen Prozente wahrscheinlich auf mehr als 22% kommen wirst, liegt daran, dass natürlich mit jedem Anteilsverkauf die Anteile ein Stück weit verwässert werden, weil sich das Kapital in der AG erhöht. Das ist so ein bisschen für diejenigen, die sich jetzt nicht mit diesen Themen täglich befassen. Das ist kein Rechenfehler, das ist so, das ist ein bisschen kompliziert, aber es tut letztlich auch gar nichts zur Sache. Also, es gab diese ominöse Pressekonferenz, bei der das Württembergische Weltmarkenbündnis verkündet worden war, am 27. Juni 2023. In den Tagen zuvor wurde der Aufsichtsrat in den Deal eingeweiht. Ich meine am Donnerstag in der Vorwoche, also etwas fünf Tage vor der Pressekonferenz. Es gab dann im Laufe des Wochen, allerdings ist da noch nicht alles auf den Tisch gekommen, das wird jetzt gleich nochmal wichtig. Meines Wissens nicht auf den Tisch gekommen ist ein gewisser Vorbehalt, den die Porsche AG offenbar hatte, und zwar diesen Vorbehalt, den du schon angesprochen hast. Also wir müssen über den Aufsichtsratsvorsitz sprechen. Wir sehen nicht, dass Klaus Vogt diesen Aufsichtsratsvorsitz weiter inne hat. Und da müssen wir jetzt nochmal zurückgehen in 2017, in die damals heiß diskutierte Ausgliederung beim VfB. Da wurde den Mitgliedern mündlich versprochen, um den Einfluss des e.V. auch mächtig zu halten auf die AG, bleibt der e.V.-Präsident immer Aufsichtsratsvorsitzender. Das wurde allerdings nirgendwo niedergeschrieben, aber es wurde damals von allen Mandatsträgern und auch später gebetsmühlenartig wiederholt. Also wir nehmen das mal als Versprechen mit auf. Vogt ist aktuell der Amtierende, der gewählte Präsident, also dem Versprechen zufolge, müsste er Aufsichtsratsvorsitzender sein. Am Tag vor der Verkündung des Weltmarkenbündnisses, also am 26. Juni, war es dann so, dass man die Aufsichtsräte, darunter eben auch Vogt, damit konfrontiert hat mit dieser Forderung. Vogt wusste wohl schon ein paar Tage vorher Bescheid, zumindest kristallisiert sich das immer heraus, aber mit ein paar Tagen meine ich tatsächlich ein paar Tage und nicht irgendwie Wochen oder Monate vorher, dass es da eine Forderung gibt, die seine Person betrifft. So, und dann wurde eine sogenannte Absichtserklärung, Vereinbarung, wie auch immer du es nennen willst, an alle Aufsichtsräte gegeben im Laufe des Nachmittags, das 26. Juni, in der das eben festgehalten wurde. Also für den Einstieg der Porsche AG muss gegeben sein, dass der Aufsichtsratsvorsitz sozusagen, also das Vogt den Aufsichtsratsvorsitz zur Verfügung stellt. Das ist sehr, sehr konzentriert jetzt, was da offenbar drinsteht in dieser Vereinbarung. So, das wurde dann unter einem gewissen zeitlichen Druck den Aufsichtsräten mit der Bitte um Unterschrift zugestellt. Die Angaben variieren da. Der eine oder andere sagt, ja, so 14, 15 Uhr bis 17 Uhr. Andere sagen, sprechen wir von 16 Uhr noch was bis 17 Uhr. Also bis 17 Uhr unterschrieben zurück. Das finde ich, ist schon ein ja, seltsamer Vorgang. Weil, also, was unterschreibe ich da als Aufsichtsrat? Da geht es ja auch um Fragen der Haftung. Und dann, ob das jetzt eine Stunde oder drei Stunden sind, in der ich so ein Dokument prüfen kann an einem ganz normalen Arbeitstag. Man muss ja schon wissen, dieses Amt des Aufsichtsrates, also alle, die im Aufsichtsrat sitzen, haben eigentlich einen Hauptjob. Ja, also da gibt es Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch leitende Funktionen oder hauptsächlich leitende Funktionen in ihrem Unternehmen haben. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich kann jetzt auch nicht, wenn bei mir gerade viel los ist auf der Arbeit, kann ich jetzt auch nicht sagen, ach, wisst ihr was, ich muss hier gerade mal was kurz prüfen und rechtlich einordnen oder mir rechtlich einordnen lassen, weil in anderthalb Stunden oder in zwei Stunden muss das unterschrieben zurück. Also, das ist nicht so einfach, finde ich. und da wurde wohl ein ganz schöner Zeitdruck aufgebaut. Am Ende hat es geklappt, ich habe es mir extra nochmal angeguckt, die Einladung oder die Information, dass es am nächsten Tag eine Pressekonferenz geben wird an die Journalisten, also dieser Zeitstrahl passt, diese Information, dass es am nächsten Tag eine Pressekonferenz geben wird, die ging raus um 17.19 Uhr. Also haben bis 17 Uhr die Aufsichtsräte sich gemeldet. Ja, ja, also insofern ist diese Geschichte, die mir jetzt von mehreren Aufsichtsräten so ein bisschen mit verschiedenem zeitlichen Ablauf, aber immer mit dem Endpunkt 17 Uhr geschildert wurde, die ist schon stimmig, das passt einigermaßen, das kann ich sagen. Oder das kann man, finde ich, aus dieser Einladung 17.19 Uhr schließen, dass 17 Uhr die Deadline war sozusagen. So, unterschrieben haben es offenbar alle, auch Klaus Vogt. Okay. Vogt hat aber wohl eine, zumindest reinredigiert noch, dass es da, dass es, dass man die Mitglieder einweihen müsse. Es wäre ja immer nett, diese Vereinbarung wirklich zu sehen. So. Spannend wird es jetzt, wenn man sich fragt, hat diese Vereinbarung überhaupt Rechtsgültigkeit? Hat sie nicht. Dieses Ding ist null und nichtig. Warum? Weil ein Aufsichtsrat in seinen Entscheidungen immer frei sein muss. Das ist juristisch so in Deutschland. Ich habe dazu mit dem Gesellschaftsrechtsexperten Lars Leuschner gesprochen. Universität Osnabrück ist in den letzten Jahren immer mal wieder oder sehr, sehr häufig zu Sportthemen auch befragt worden, vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Und er sagt, also es ist so, dass diese Vereinbarung hat überhaupt keine rechtliche Bindung. Es gibt wohl wenig Literatur zu dem Thema, aber die Literatur zu dem Thema ist eindeutig. Im Aufsichtsrat muss immer frei sein. Was aber auch spannend ist mit Blick auf das Versprechen, das man den Mitgliedern gemacht hat, 2017, weil dieses Versprechen hat dann in meiner Diktion ja auch rechtlich keine Bindung, weil ein Aufsichtsrat wählt normalerweise seinen Vorsitzenden immer aus seiner Mitte. Also so ein Versprechen würde den Aufsichtsrat ja auch in seiner Handlung beschränken, weil sie müssen ja immer den EV-Präsidenten wählen. Also das muss man auf der anderen Seite auch sagen. Und laut Aktienrecht darf man das auch gar nicht festlegen, so eine Doppelfunktion. Richtig, also das sind eben genau die Themen, auf denen man sich bewegt. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, okay, jetzt muss man sich als Aufsichtsrat natürlich überlegen, wem ist man moralisch verpflichtet? Dem künftigen Investor der Porsche AG oder den Mitgliedern des EV? Ja, das muss dann jeder Aufsichtsrat für sich selbst ein Stück weit beantworten, meines Erachtens. Aber wir kennen den genauen Inhalt dieser Absichtserklärung nicht. Wir wissen, dass es eine gibt und offenbar haben Sie alle Aufsichtsräte unterschrieben. Ich habe nämlich zwischendurch mal gehört, nur Klaus Vogt habe die unterschrieben. Nein, das ist nicht richtig. Nein, nein, das ist nicht richtig. Okay, aber wir kennen den genauen Wortlaut, kennen wir nicht. Den genauen Wortlaut kennen wir nicht, nein. Okay. Warum ist denn der Aufsichtsratsvorsitz überhaupt so wichtig? Was hat denn der Aufsichtsratsvorsitzende für Funktionen, dass es so eine große Rolle spielt, wer ihn innehat? Er setzt die Agenda und die Themen im Aufsichtsrat. Das ist schon wichtig. Das ist der eine Punkt und er ist natürlich der zentrale Mann in dem sogenannten Präsidialausschuss. Das ist so etwas wie die schnelle Eingriffstruppe des Aufsichtsrats. Da sitzen der Aufsichtsratsvorsitzende, dessen Stellvertreter und da der Aufsichtsratsvorsitzende ja bislang der Präsident war, der Vizepräsident, das ist in dem Fall Rainer Arion des Vereins, wie dieser Präsidialausschuss jetzt aussieht, fände ich spannend oder finde ich spannend tatsächlich die Frage, aber ist erst mal egal für die Funktion. der kommt bei dringlichen Entscheidungen schnell zusammen. Also sprich, sehr einfaches Beispiel, Fabian Wohlgemuth und Alex Werle wollen Spieler XY verpflichten, es muss eine schnelle Entscheidung her und es braucht aber eine Entscheidung aus dem Aufsichtsrat beziehungsweise dem Präsidialausschuss, weil ein gewisses Budget freigegeben werden muss. Dann kommt der Präsidialausschuss zusammen. Und das ist schon wichtig, weil damit hast du natürlich schon einen sehr, sehr zentralen Einfluss auf den VfB, also auf die Profifußball AG, finde ich. Ja, vor allem, weil da natürlich auch die Mehrheitsverhältnisse dann anders sind. Über Mehrheitsverhältnisse im Aufsichtsrat werden wir, glaube ich, auch noch schwieriger sprechen an dieser Stelle. Und warum will Porsche mutmaßlich, natürlich musst du jetzt spekulieren, aber warum will Porsche Klaus Vogt nicht als Aufsichtsratsvorsitzender haben? Es ist ja nicht nur, dass sie noch gar nicht mit drinstecken, sondern dass sie sagen, offenbar, wir wollen nur reingehen, wenn er nicht mal Aufsichtsratsvorsitzender ist. Sie können ja noch gar keine Aufsichtsratssitzung mit ihm erlebt haben, um zu sagen, da passt uns irgendwas nicht. Naja, sie haben, wenn wir es jetzt zusammenfassen, aus der heutigen Sicht haben sie zwei Aufsichtsratssitzungen mit ihm erlebt, nämlich die am 29. Februar, als die Porsche-Vertreter Lutz Meschke und Albrecht Reimold, der eine ist der Finanzvorstand, der erste, der zweite ist der Produktionsvorstand, als die in den Aufsichtsrat berufen, oder als die das erste Mal dabei waren in der Aufsichtsratssitzung und eben die Folgesitzung, bei der dann Vogt abgewählt wurde und Tanja Gönner in den Vorsitz gehoben wurde. Also da waren sie dabei, aber die Forderung... Aber sie wollten ihn ja schon vorher weghaben. Richtig, genau, genau. Ja, die Frage kann man stellen. Ich meine, erstmal kann man natürlich legitimerweise, oder kann man natürlich sagen, dass wenn ich als Investor irgendwo reingehe, möchte ich auch möglichst viel Kontrolle über meinen Invest haben. Ich möchte wissen, was mit meinem Geld passiert und dann kann ich Dinge fordern und da wäre ich ja schön blöd, wenn ich nicht mit der Maximalforderung reinginge, weil am Ende ist es ja immer eine Verhandlungssache. Und die Maximalforderung, Einflussnahme ist natürlich der Aufsichtsratsvorsitz in der Konstellation. Dann würde ich mir aber von einem... Dann hängt es immer dann natürlich auch dran, was sagt der Verhandlungspartner? Also in dem Fall die Vorstände der VfB Stuttgart AG und zu Ende gedacht dann natürlich auch die Aufsichtsräte. Die aber dann ja... Die waren ja in den Verhandlungen nicht dabei, die Aufsichtsräte. Die sind ja dann nur am Ende denen ist was präsentiert worden und dann eben diese ominöse Vereinbarung. Ja, mit der Bitte um Unterschrift zugemailt worden oder gefaxt. Was ja auch absurd ist, weil der Aufsichtsrat bestellt doch den Vorstand und der Vorstand verhandelt dann mit einem Investor über den Vorsitz des Aufsichtsrats. Hä? Ja, ich glaube nicht, dass die über den Vorsitz des Aufsichtsrats direkt verhandelt haben, aber es gab halt dann irgendwann die Forderung. So und diese Forderung hat der Vorstand dann den Aufsichtsräten offenbar mitgeteilt und offenbar in einem relativ kurzen, zeitlichen Fenster mitgeteilt. Zumindest wenn wir jetzt vom Gesamtaufsichtsrat sprechen. So genau, und du hast gefragt, warum will Meschke oder wollen Meschke und Reimold den Klaus Vogt nicht als Aufsichtsratsvorsitzenden? Ja, ich meine, dazu muss man ein bisschen ausholen. Es gab eigentlich angefangen bei Thomas Hitzlsperger und der damaligen Datenaffäre bis heute immer mal wieder Vorwürfe gegen Klaus Vogt, schlechte Führung im Aufsichtsrat, Entscheidungsschwäche und so weiter und so fort. So, also diese Vorwürfe, die sind nicht neu und wahrscheinlich haben Meschke und Reimold da auch Zeitung gelesen und sich gedacht, ah, mit dem wollen wir nicht zusammenarbeiten, also vielleicht spielt da allerdings auch die Autobranche eine Rolle, weil es gibt ja durchaus auch Leute, die mal im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart saßen, als beispielsweise Vize-Aufsichtsratsvorsitzender, Wilfried Portwerter zum Beispiel zu nennen, die am Ende von Vogt mehr oder minder rausgebissen wurden. Rausgebissen meine ich jetzt aber eigentlich eher damit, ist, dass man, man hat halt eine höchst konfrontative Atmosphäre geschaffen auf verschiedenen Ebenen und am Ende haben, wenn man es jetzt in Lager ausdrücken möchte, am Ende hat halt da Port beispielsweise den Kürzeren gezogen, also das Kapital, hinten im Hintergrund ist das Buch Kapital oder Kurve, das dreht sich ja auch sehr, sehr genau um diese Frage, wer bestimmt denn die Geschicke beim VfB Stuttgart so und viele Menschen, mit denen ich mich über Wilfried Port unterhalten habe, beschreiben ihn schon als jemanden, der so etwas nicht auf sich sitzen lässt. Ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass davon die aktuelle Debatte oder die aktuelle Thematik von ihm getrieben ist, weil das wäre, glaube ich, verschwörungstheoretisch, aber von ungefähr kommt es nicht, dass da eine gewisse Branchenüberschneidung herrscht. Das glaube ich, kann man schon so sagen. Also, dass es Vorbehalte gegen Vogt gibt, das ist jetzt nichts Neues. So, und in dieser Gemengelage fordern die Porsche-Vorstände maximale Einflussnahme und die maximale Einflussnahme hast du halt über den Aufsichtsratsvorsitz. Okay. Und ist etwas von dem belegt, was Klaus Voigt vorgeworfen wird? Ich habe das auch nachrecherchiert, so wie du das gesagt hast. Da wurde zum Beispiel davon gesprochen, dass Protokolle nachträglich von Aufsichtsratssitzungen nochmal verändert werden sollten, dass es zum Teil noch bis heute offene Protokolle gäbe. Das kann ich aber persönlich jetzt nicht verifizieren. Das habe ich aus einer Quelle gehört. Also, gibt es denn auch wirklich handfeste Belege und nicht nur Worte darüber, dass Klaus Voigt so untragbar sei als Aufsichtsratsvorsitzender? Also, wenn du jetzt zum Beispiel die Protokolle ansprichst und falsche Protokolle, nachträglich veränderte Protokolle, dann muss man da glaube ich schon wissen, wer diese Vorwürfe erhoben hat. Das waren damals Bernd Geiser und Rainer Mutschler, wenn ich es richtig zusammenkriege, im Zuge der Datenaffäre und vor allem Rainer Mutschler hatte da einiges zu verlieren in dieser Sache. Und denen würde ich jetzt in dieser Art und Weise ihrer Äußerung schon eine gewisse Motivlage unterstellen, dass sie Voigt natürlich schaden wollten. Und ja, Belege ist natürlich immer schwierig, Dinge zu finden, die dann vielleicht auch mündlich ausgesprochen worden waren. Also was glaube ich mittlerweile unstrittig ist, ist, dass es mal eine konfrontative Situation gab in der Personalie Pellegrino Matarazzo. Das war der damalige Trainer und dessen Vertragsverlängerung. Das war während der Corona-Pause. VfB damals Zweitligist. Matarazzo erst kürzlich geholt. Die Mannschaft hat so okay gespielt unter ihm, aber hat jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Die Frage, die sich stellte, war, verlängern wir mit Matarazzo, um ein Zeichen zu setzen vor dem wichtigen Spiel gegen den HSV. HSV damals direkter Konkurrent. Mislintat und Hitzlsperger wollten mit Mislintat damals Sportdirektor, Hitzlsperger Vorstandsvorsitzender und Sportvorstand in Personalunion wollten dieses Zeichen setzen. Kann ich verstehen. Vogt bremste sie aus. Und hat da schon auch für Verzögerungen gesorgt, weil er eben der Meinung war, naja, also wir sind jetzt Dritter, wenn wir das Topspiel gegen den HSV verlieren, sind wir womöglich Vierter, steigen womöglich nicht auf. Was kostet uns denn so eine Vertragsverlängerung? Da sind wir wieder beim Thema, was du vorhin mit Sebastian Hünnes aufgemacht hast. Ja, meine Hünnes Gedanke. Ja, naja, und ich kann es verstehen, weil letztlich superschwierige Lage mitten in der Pandemie, also du weißt, keiner wusste ja damals, wann machen die Stadien wieder auf, wann kann über, ich glaube damals war schon absehbar, dass das zeitnah wieder gespielt werden kann, Stichwort Hygienekonzept, aber keiner konnte so richtig absehen, was das finanziell mit dem Profifußball machen wird und in dem Zusammenhang finde ich es schon legitim, da mal nicht auf die Bremse zu drücken, in dem Wissen, was in den Jahren zuvor beim VfB passiert ist. Du hast mal von der Pressekonferenz Michael Dreschke und fünf namhaften Neuzugängen gesprochen vorhin. Da ist viel Geld verbrannt worden. Und insofern, also sowohl Mislintat als auch Hitzlsperger hatten Argumente und auch Vogt hatte Argumente. Das war sicherlich was, da hat er eine Entscheidung verzögert. Was man ihm jetzt auch vorwirft, ist beispielsweise, dass er das Thema Sportvorstand nicht vorantreibt. Ja, kann man ihm vorwerfen. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, also sie haben glaube ich vergangenes Jahr im Sommer und auf der Mitgliederversammlung, die war im September, wenn ich es jetzt richtig zeitig zusammenkriege, nochmal unterstrichen, auch Vogt hat es unterstrichen, wir wollen Sportvorstand, wir brauchen einen Sportvorstand, wir wollen einen Sportvorstand, das ist wichtig. So, jetzt kommt das große Aber. Du hast jetzt in den letzten Monaten mit einem Fabian Wohlgemuth einen Sportdirektor gehabt, unter dem sich der VfB nicht nur stabilisiert hat, sondern der richtig gehend zündet in dieser Bundesliga und auch, wie gesagt, herausragend Fußball spielt, sich womöglich für die Champions League qualifiziert. So, den kannst du zum Sportvorstand machen. Ja, definitiv, jetzt kommen zwei Aber. Das erste Aber ist, will der Fabian Wohlgemuth das überhaupt? Kann ich nicht beurteilen. Womöglich macht es ihm mehr Spaß als Sportdirektor zu arbeiten in der Kaderzusammenstellung, das ist sein Steckenpferd. Andererseits jetzt einen natürlich auch, wenn man befördert wird, keine Frage. Und das viel Wichtigere Aber kommt jetzt. Fabian Wohlgemuth hat im Endeffekt bis zum heutigen Zeitpunkt zwei Transferperioden beim VfB Stuttgart zu verantworten gehabt, nämlich den vergangenen Sommer, also Sommertransferfenster 23 und Wintertransferfenster 24. Und den beiden hat er geliefert. Das Wintertransferfenster Anfang 24, äh Anfang 23, das nehme ich aus, weil er kam im Dezember. Jeder weiß, dass da ist dein Einfluss nicht groß. Da sind eigentlich die Dinge schon so weit gelegt und vorbesprochen und Ideen gefunden, Spielerlisten festgelegt und vielleicht auch Vorgespräche mit Beratern und mit Clubs geführt, dass du da einfach, da hast du keinen großen Einfluss mehr, meines Erachtens. So. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, man hätte bis Ende 23 einen Sportvorstand präsentieren wollen, ähm, dann hättest du die zwei Möglichkeiten gehabt, so, du nimmst Fabian Wohlgemuth nach einer Transferperiode, ist jetzt ein bisschen dünner als Tätigkeitsnachweis, finde ich, oder aber, du setzt Fabian Wohlgemuth, der gerade aber einen Kader gebaut hat, ähm, aufbauend auf den Mislintats und, und, und Hitzelsberger und auch Wehle-Strukturen, die da geschaffen wurden, der gerade einen Kader gebaut hat, der sich anschickt, Champions League zu spielen, du setzt ihm irgendeinen anderen Sportvorstand vor die Nase. Kannst du auch nicht machen. Weil, was machst du damit? Im schlimmsten Fall, sorgst du bei ihm für eine totale Demotivation oder sorgst vielleicht dafür, dass er sagt, also Jungs, jetzt, ich leiste hier seit einem Jahr echt gute Arbeit, ähm, ich kann verstehen, wenn ihr mich jetzt noch nicht in den Drang des Sportvorstands erheben wollt, weil ihr sagt, okay, ich möchte, ihr möchtet vielleicht noch ein, zwei Transferperioden abwarten, ob das von Dauer ist, kann ich nachvollziehen, aber dann setzt ihr mir Kandidat XY vor. Macht vielleicht auch was mit dem Menschenwohlgemut. Kann ich nicht beurteilen, ich, alles konjunktiv, ja, aber insofern tue ich mich jetzt schwer damit, ähm, dass alleine, also, ich kenne die Gedankengänge von Vogt nicht dazu. Vielleicht liege ich auch komplett falsch und der kann es halt auch einfach nicht und kann keinen Sportvorstand irgendwie rausfinden, ähm, aber ich hätte es jetzt falsch gefunden, ich hätte beides falsch gefunden, ich hätte es falsch gefunden, Wohlgemut zu, zu befördern, weil es zu früh kommt und ich hätte es aber auch falsch gefunden, ihm jemand von extern vorzusetzen. Also jetzt nimm doch mal zum Beispiel, nimm doch mal, okay, du sagst jetzt, du nimmst einen Semmy Khedira, weil der einfach ein Name beim VfB Stuttgart ist, aber der Semmy Khedira, und der hat zweifelsfrei als Spieler unfassbare Karriere und der mag sicherlich auf sich diese Expertise haben, irgendwann in diesem Job arbeiten zu können, aber als Berufsanfänger, den jetzt dem Wohlgemut vorzusetzen, boah, hätte ich schwierig gefunden. Nur weil er halt 2007 deutscher Meister war beim VfB, also nur als jetzt Anführungszeichen war eine tolle Leistung, hätte ich jetzt, hätte ich verstanden, wenn Wohlgemut das nicht verstehen würde. So und, und zum Thema vielleicht nochmal Belege, Belegbarkeiten, also naturgemäß sind solche Dinge natürlich schwer zu belegen, aber tatsächlich muss man schon auch sagen, auf der anderen Seite, es ist halt jetzt die Frage, halten sich diese Vorwürfe, weil man halt sagt, man möchte, oder weil man sagt, naja, irgendwas wird schon dran sein, dann erheben wir halt jetzt wieder diese Vorwürfe und, ne, oder, oder aber lassen sie sich belegen und, und beides ist halt recht kompliziert und recht schwierig. Vielleicht noch eine Sache und die ist tatsächlich belegt, weil sie auch in meinem Buch breitgetreten wird, damit man einfach mal versteht, mit welchen Bandagen beim VfB Stuttgart um die Macht gerungen wird. Als der Vogt 2019 um die, sich für die, für das Präsidentenamt beworben hat und auch kandidiert hat, ich glaube, zwei Tage vor der Wahl wurde er kontaktiert von einem Redakteur einer Zeitung, sinngemäß mit der Frage, Mensch, wir haben da, es gibt da erhebliche Vorwürfe gegen sie, da geht es um, ich meine Körperverletzung und ich meine auch Alkohol am Steuer und Steuergeschichten, glaube ich auch. Steuerhinterziehung und Fahrerflucht. Ja, genau, sowas, sowas. Und das war zwei Tage, glaube ich, vor der Wahl. So, offenbar hat diese Zeitung einen anonymen Hinweisgeber gehabt. So, und der Vogt konnte das dann, glaube ich, der hatte ein erweitertes polizeiliches führungszeugnis wegen einer anderen Geschichte zu Hause, ein relativ aktuelles und er konnte diese Dinge dann sozusagen im Gespräch mit dem Redakteur dieser Zeitung ausräumen. Dieser Sachverhalt, diesen Sachverhalt hat der Redakteur dieser Zeitung, der betroffene Redakteur und die Geschichte ist dann nicht erschienen, was ja auch sauber ist, journalistisch absolut sauber gearbeitet. Ja, es gibt erhebliche Vorwürfe, du musst denen nachgehen, finde ich, als Journalist, egal von welchem Medium. So, und wenn die beschuldigte Person diese aber ausräumen kann, dann darfst du das Ganze nicht weiterverfolgen. Ganz sauber journalistisch gearbeitet. Und diesen Sachverhalt hat der Redakteur dieser Zeitung mir auch so bestätigt. Ich möchte diesen Redakteur hier schützen, ich möchte auch das Medium hier gar nicht weiter nennen, weil es überhaupt nichts zur Sache tut, aber das ist bestätigt. Und ich glaube, das demonstriert schon, mit welchen Mitteln und Methoden bei diesem Club um die Macht gerungen wird. Ja, also da kann man dein Buch sehr empfehlen. Kapital oder Kurve erschienen im Werkstatt Verlag, wird verlinkt in den Shownotes. Wir springen zurück in die Timeline. Wir haben also Ende Juni den Einstieg des Württembergischen Weltmarktenbündnis. Wir haben vorher diese Absichtserklärung oder zumindest diese Vereinbarung, die alle Aufsichtsräte unterschrieben haben sollen, nach allem, was wir heute wissen. Jetzt war es ja so, dass der Einstieg nicht gleich vollzogen war, sondern die DFL musste das noch prüfen, denn Porsche über VW und so weiter hängt noch bei anderen Bundesligisten mit dabei. Das heißt, es war erst mal on hold und jetzt vergeht relativ viel Zeit, in der alle Beteiligten im Aufsichtsrat davon wissen, es gibt hier das Thema Aufsichtsratsvorsitz und es dringt aber nichts davon nach außen. Und es gibt ja unter anderem auch eine Mitgliederversammlung, die hat am 10. September stattgefunden. Warum hat deiner Meinung nach dieses Thema dort keinerlei Rolle gespielt? Oder entgeht mir da was? Ne, da entgeht dir nichts. Vielleicht eine Sache entgeht dir doch, muss ich jetzt einschränken. Diese Verkündung des Württembergischen Weltmarktenbündnisses, ich wiederhole das Wort so gerne, weil es dir offenkundig sehr viel Freude bereitet. Das war ja alles im Konjunktiv, das muss man schon dazu sagen. Also da war noch nichts unterschrieben. Das fand ich auch bemerkenswert an dem Vorgang. Also sonst bist du ja wirklich, also es gibt ja wirklich Vereinsvertreter, unabhängig von welchem Klub, mit denen sprichst du über Transfers und die sagen, ja, aber das kann noch scheitern. Sag ich, nee, der Spieler ist nach meinem Kenntnisstand beim Medizincheck. Ja, aber daran kann es scheitern. Okay, wie viele Medizinchecks sind jetzt gescheitert in den letzten Jahren? Das waren jetzt nicht so viele, ja. Und dieses Württembergische Weltmarktenbündnis hätte schon noch an dem einen oder anderen Ding scheitern können. Unter anderem an der Thematik Mehrfachbeteiligung bei Clubs aus der Bundesliga und Zweiten Liga. Da gibt es bestimmte Kriterien in der DFL-Satzung dazu. Also Stichwort VW, Porsche und Audi, sind die ein Konzern? Ja, nein. Audi ist beim FC Bayern drin und beim FC Ingolstadt, momentan Rittligist. VW bekanntlich beim VfL Wolfsburg, jetzt Porsche beim VfB Stuttgart. Also es waren schon noch einige Hürden zu überspringen. Auch Hürden, die man jetzt nicht selbst in der Hand hatte, sie möglichst klein zu halten, sondern da musste schon die DFL am Ende und das DFL-Präsidium am Ende sein Go geben. Also die Beteiligungsvereinbarung unterschrieben wurde meines Wissens erst im Oktober. Also nach der Mitgliederversammlung. So und das war nach der Mitgliederversammlung. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, lieber Klaus Vogt, lieber Rest des Aufsichtsrats oder Präsidium, warum habt ihr das auf der Mitgliederversammlung im September nicht angesprochen? Finde ich, ist eine total berechtigte Frage. Auf der anderen Seite, wenn sie das damals öffentlich gemacht hätten, genauso wie übrigens direkt, als diese Forderung kam, auch da hätte man das ja direkt auch öffentlich machen können, hätte sagen müssen, also wenn man sich moralisch korrekt verhalten will, muss man eigentlich sagen, was, das fordert ihr? Nein, das entspricht nicht dem Versprechen, das wir den Mitgliedern gegeben haben 2017 oder das damals den Mitgliedern gegeben wurde, waren andere Leute in Charge beim VfB. Das können wir so nicht machen. So, warum ist das nicht passiert? Warum haben sie das nicht getan? Darüber kann ich nur mutmaßen. Ich persönlich kann mir durchaus vorstellen, dass die Situation, die finanzielle, im Sommer 2023 eine sehr komplizierte war und dass man dann fürchtete, dieser Deal würde platzen. So, und du darfst dabei nicht vergessen, bei diesem Württembergischen Weltmarkenbündnis ging es ja nicht nur um die Porsche AG, da ging es ja auch, oder nicht nur um den Anteilskauf der Porsche AG, da ging es auch um weitere Sponsorenvereinbarungen mit Porsche, vor allem das NLZ betreffend. Da ging es auch darum, dass die Porsche-Tochter MHP als Stadionnamensponsor einsteigt und erheblich mehr bezahlen wird als Mercedes-Benz. Und es ging auch darum, dass Mercedes-Benz den Namen freimacht. Mercedes-Benz hat eine Verpflichtung, also hat, hatte noch, hätte noch, ich glaube, boah, da muss ich jetzt überlegen, also die hätten noch, glaube ich, zehn Jahre den Namen an dieser Arena gehabt, vielleicht sogar, oder, also auf jeden Fall noch einige Jahre, so, und, und dieses Recht gehörte ihnen. Ich glaube, bis 35 ungefähr. Ja, 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 es ist so, die haben damals in den Nullerjahren eine langfristige Vereinbarung unterschrieben, die ihnen, die ihnen den Namen an dieser Arena zu einem aus heutiger Sicht Sportpreis garantiert. Ich glaube, das waren damals 20 Millionen Euro für 30 Jahre. Also, um mal zu gucken, was so die Benchmark aktuell in der Bundesliga ist, Pre-Zero bei der TSG Hoffenheim, da reden wir von, ich glaube, 4,5 Millionen Euro, ja, Mewa, pro Jahr, ja, ja, pro Saison, Mewa bei Mainz 05, da reden wir von etwas mehr als 2 Millionen Euro, 2,3, so, und die TSG Hoffenheim und Mainz 05 sind jetzt nicht bekannt als die zuschauerträchtigsten Vereine der Bundesliga. Der VfB hat das Stadion in aller Regel ausverkauft. Also, so ein Namensrecht an einer Arena des VfB Stuttgart ist schon ein bisschen mehr wert. MHP zahlt meines Wissens, hängt so ein bisschen von den, von weiteren Faktoren ab, zwischen 4 und 5 Millionen pro Saison. Also, das ist schon ein Pfund. So, also MHP hing auch noch dran und eben die Tatsache, dass Mercedes diesen Namen frei macht, zugunsten von MHP, aber auch weiter als Sponsor in diesem VfB-Pool erhalten bleibt. Auch das ist ja nicht, ähm, ähm, nicht ganz unwichtig. So, und dass du unter diesen Maßgaben sagst, oh, ich will diesen Gesamtdeal nicht gefährden und er würde gefährdet, wenn wir hier an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ah, das ist aber moralisch schwierig, ähm, kann ich schon verstehen. Das, das, das klingt für mich plausibel. Und, so. Jetzt können wir natürlich drüber, jetzt können wir natürlich sagen, ist es, ist es nachvollziehbar. Ja, denke ich, ist dann subjektive Einschätzung, aber wahrscheinlich hängen da ja auch Haftungsfragen. Man will ja kein vereinsschädigendes Verhalten sich vorwerfen lassen und so weiter. Das kommt, das kommt natürlich noch hinzu. Also, ähm, die, die, die Frage ist ja immer auch, ähm, wie genau kannte der Aufsichtsrat in dem Moment diese Zahlen auch? Also, die Zahlen bei der AG, ähm, ähm, ging es da vielleicht auch um eine Situation, ähm, in der eine Liquidität gefährdet war? Also, bewusst als Frage formuliert. Ich weiß es nicht. Genauso könnte man ja jetzt sagen auch, ähm, wie okay ist es, dass Vogt jetzt sagt, äh, Moment mal, ich möchte eigentlich gern Aufsichts, oder sagte, Moment mal, ich möchte eigentlich gern Aufsichtsratsvorsitzender bleiben, ja. Obwohl er eine Erklärung unterschrieben hat, die eigentlich das Gegensätzliche sagt, ähm, Klammer auf, nach einer, wie auch immer gearteten Einbindung der Mitglieder, äh, und eine Erklärung, die rechtlich nicht bindend ist. Klammer zu. Aber auch da kann man ja die moralische Komponente immer fragen, oder? Vorhin. Ja, Fragen der Moral stellen sich an fast allen Stellen des Lebens und, äh, sind dann aber unterschiedlich, äh, bindend vielleicht tatsächlich für das Alltagshandeln. Aber da sind wir ja dann quasi bei dem, wo wir jetzt dann rauskommen. Also, wir haben eben dann den Einstieg im Oktober 23 nach der Mitgliederversammlung, also die Vereinbarung darüber. Ende Januar ist es dann so, dass das DFL-Präsidium dem zustimmt, dass das möglich ist. Dann fließt nach allem, was man weiß, die erste Tranche des Geldes und offenbar möchte Porsche dann das umgesetzt sehen, was man sich eben hat zusichern lassen, nämlich, dass der Aufsichtsratsvorsitz wegwechselt von Klaus Vogt. Jetzt ist es aber so, wenn wir uns den Aufsichtsrat angucken beim VfB Stuttgart, dann haben wir da sieben Entsandte des EVs, also des eingetragenen Vereins. Ist ja auch wichtig für 50 plus 1, dass es die Mehrheit ist. Und wir haben vier Vertreter, zwei von Mercedes, einer von Jako, einer von Porsche. Das heißt, das ist ja eigentlich gar nicht möglich, dass jetzt nur die Investorenseite dafür stimmen könnte, wenn es diese Seite so klar denn gibt. Warum ist es denn dann zur Abwahl von Klaus Vogt gekommen? Da müssen ja dann auch EV-Mitglieder entsprechend gestimmt haben. Ja, also EV-Entsandte. Das ist ja so, finde ich, der Konstruktionsfehler. Du hast gewählte Leute aus dem EV in dem Aufsichtsrat, das wären der Präsident und der Vizepräsident, also Vogt und Adrien. Oder nee, das komplette Präsidium, wenn ich es jetzt satzungstechnisch richtig drin habe, also Vogt, Adrien und Christian Riedmüller. Das sind gewählte Vertreter. Das EV, die automatisch in den Aufsichtsrat kommen. So, und du hast dann noch Entsandte vom EV. Die werden entsandt von der Hauptversammlung der AG, in der wiederum der EV die Stimmenmehrheit hat. So, in aller Regel in einem funktionierenden Unternehmen-Konstrukt wird sowas ja gleichmütig beschieden. Man spricht über Kandidaten und man schickt die da rein. So, die entsandten Vertreter des EV sind aktuell Alex Kläger, der ist Vorstand Mitteleuropa oder Präsident Mittel- und Osteuropa bei der SAP. Das ist Beate Beck- Hade. Die ist Geschäftsführerin eines Automaten, ich glaube, Herstellers oder Betreibers. Du hast Tanja Gönner, die jetzt neu an der Spitze des Aufsichtsrats ist. Das ist eine ehemalige CDU- Landesministerin, also Land Baden-Württemberg, meine ich. Und die ist jetzt Geschäftsführerin des BDI, also eines großen oder des Industrie, des deutschen Industriedachverbandes. So, haben wir jetzt schon alle? Genau, nee, du hast, und wir haben, vergessen haben wir noch Tobias Röschel. Das ist der Vorstandschef der Jako AG, die ja auch Anteilseigner ist beim VfB Stuttgart, aber diese 1, noch was Prozent, die reichen halt nicht für einen Aufsichtsratssitz. Finde ich aber fair enough, dass man sich im EV offenbar verpflichtet fühlt, ihn zu entsenden. Das ist, finde ich, grundsätzlich in Ordnung. So, und du hast jetzt dann aber eine Stimmverteilung von 7 zu 4 zugunsten des EV eigentlich im Aufsichtsrat. Jetzt rechnen wir aber mal, also wenn wir es jetzt mal ganz hart rechnen wollen, dann hast du ja eigentlich eine Stimmenverteilung, wenn man jetzt diesen, oder wenn man jetzt diesen Spalt, diesen Keil reinsetzen will zwischen Kapitalseite und Vereinsseite, dann hast du ja nur noch eine Stimmenverteilung 6 zu 5, weil ja Röschel als Anteilseigner Jako formal auch der Kapitalseite zugehörig ist, ja, auch wenn er auf dem EV-Ticket da drin sitzt, dann hast du nur noch 6 zu 5. Ist jetzt gerade so noch 50 plus 1. So, jetzt hast du die gewählten EV-Vertreter, Riedmüller, Vogt, Adrien, wo es auch wohl zwischen Riedmüller und Vogt nicht so gut läuft, aber formal hast du nur 3 von der Mitgliederversammlung gewählte Aufsichtsräte. Die anderen 3, die der EV da entsandt hat, über die Hauptversammlung, die haben jetzt erstmal mit den Mitgliedern gar nichts zu tun, also mit der Mitgliederversammlung, mit dem eigentlich höchsten Organ, ja. Damit will ich sagen, 50 plus 1 ist sehr wohl gewahrt beim VfB Stuttgart, Vogt hat ja auch darauf ein Stück weit abgehoben in seiner Erklärung vergangene Woche, also Vogt und der Vereinsberat, das sehe ich komplett anders. Auf der anderen Seite gibt es natürlich gute Punkte zu sagen, wo ist der Einfluss der Mitglieder, wenn nur 3 von 8 Aufsichtsräten den Mitgliedern gegenüber Rechenschaft schuldig sind in der Mitgliederversammlung. Diese Frage kann man, finde ich, stellen, ja. Insofern müssen wir auch mal überlegen, ob das Konstrukt der AG, also die Rechtsform der AG, überhaupt eine Rechtsform ist, in der man 50 plus 1 wirklich wirklich leben kann. Also die Form der Einflussnahme ist wesentlich mediatisierter, sie ist wesentlich komplizierter, komplexer als beispielsweise in einer GmbH, in der ein EV-Präsident eine Geschäftsführung abberufen kann oder ein EV-Leitungsgremium eine Geschäftsführung abberufen kann. Klammer auf, außer bei Hannover 96, da geht das nicht wegen des Hannover 96 Vertrags, der eine PAD-Situation im Aufsichtsrat der GmbH und Co. KGAA ausdrücklich zulässt. Übrigens auch, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege, Kern der Problematik beim TSV 1860 München. Auch da hast du im Aufsichtsrat eine PAD-Situation. So, und wir sehen ja, wie gut es läuft bei 1860 und bei Hannover 96, wo die Sachen halt nicht final geklärt sind. Diesen Zeitenheben möchte ich mir bewusst erlauben. Und gleichzeitig sind wir da, finde ich, schon an einem entscheidenden Punkt angekommen. Denn wie die sich untereinander verstehen, die Aufsichtsräte, schwer zu beurteilen, erstmal auch nicht relevant. Die sollen ihren Job machen und die können ihren Job machen. Wie gearbeitet wird im Aufsichtsrat? Es wäre sehr wünschenwert, dass es transparenter einsehbar wäre. Ist es nicht, aus verschiedenen Gründen. Schwierig. Aber dieser letzte Punkt, und das ist ja auch der, an dem sich jetzt, glaube ich, auch das Feuer der Kritik so entzündet, nämlich die Mitgliederbestimmung, das ist natürlich der eine Punkt, der muss gewahrt sein. Da sind wir hier eben einfach nicht bei irgendeiner AG, sondern wir sind bei einer Fußball-AG und da gibt es 50 plus 1. Und darauf hat ja auch Klaus Vogt dann in seiner Stellungnahme abgezogen. Also es gibt mehrere Stellungnahmen, ich werde die alle verlinken, könnt ihr nochmal durchlesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Tut's nicht, es ist der Wahnsinn. Ja, ich hatte eigentlich auch gedacht, wir gehen das genau durch, weil es auch auf eine Art und Weise ziemlich viel zeigt, wie viel Chaos da eigentlich los ist. Aber ich glaube, das geht jetzt sogar zu sehr ins Detail. Vor allem die VfB-Fans, die sich dafür interessieren, die wissen das alles schon. Aber Klaus Vogt sagt in seiner Stellungnahme, wir müssen uns die Frage stellen, wem eigentlich der Verein noch gehört. Gehört er den Mitgliedern oder gehört er der Investorenseite? Und jetzt machst du ja aber schon diese Argumentationslinie auf, die ich sehr schlüssig finde, dass man sagen kann, also schon vom Grundkonstrukt der Besetzung dieses Aufsichtsrats ist da so ein direkter Mitgliederwille nur indirekt abgebildet bei einigen der Positionen. Und das Zweite ist, was kann ein Aufsichtsrat eigentlich im operativen Geschäft tun? Er kann den Vorstand berufen, er kann ihn abberufen. Der Vorstand ist dem Aufsichtsrat rechenschaftspflichtig, aber so tief im Operativen ist man dann gar nicht drin. Was interessant ist, weil Klaus Vogt auf der anderen Seite vorgeworfen wird, er würde sich ins Sportliche einmischen. Schwierig. Also 50 plus 1 sagt ja, er soll sich ins Sportliche einmischen. Also wir wollen jetzt nicht, dass er die Mannschaft ausstellt, aber der Verein muss rein theoretisch die Möglichkeit haben, das zu tun, ob man das gut findet oder schlecht. Auf der anderen Seite vielleicht im Präsidialausschuss dann noch, deswegen ist der so wichtig, dieses kleinere Gremium, diese Taskforce, würde ich jetzt mal sagen, kann man sie vielleicht nennen für Notfalleinsätze. Aber ist das große Problem an diesem ganzen Thema nicht, dass hier eigentlich im Kleinen 50 plus 1 verhandelt wird? Ja, das kann man ein Stück weit schon so sehen, wobei ich glaube, da sind schon sehr, sehr viele spezielle Begleitumstände Stuttgarter Natur vorhanden. Man muss schon die ganz große Diskussion um 50 plus 1 ein Stück weit trennen von den Vorfällen, die jetzt beim VfB passiert sind. Weil ich glaube, bestimmte Aspekte der Diskussion oder dieser beiden Diskussionen haben nichts miteinander zu tun. Etwa, weil du es jetzt auch nochmal angesprochen hattest, mit der, dass die erste Porsche-Tranche ja jetzt geflossen ist, nachdem die DFL auch endlich grünes Licht gegeben hat im Januar. So, die zweite Porsche-Tranche steht ja noch aus. Also warten wir mal ab, wann die fließt und wer dann Aufsichtsratsvorsitzender oder Vorsitzender ist. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und das hat jetzt erstmal ja gar nichts mit 50 plus 1 zu tun. Das hat ja was zu der Frage oder mit der Frage zu tun, wie gehe ich eigentlich als Partner miteinander um? Verknüpfe ich einen Einstieg an derartige Forderungen und verknüpfe ich dann vor allem den finalen Vollzug eines Einstiegs mit Forderungen? Die Frage, glaube ich, stellt sich da schon. Man kann das Thema 50 plus, oder man muss das Thema 50 plus 1 in dieser Sache sicherlich berücksichtigen, insgesamt. Aber ich glaube, nach vorne gedreht, nicht nach hinten gedreht. Also mit nach vorne gedreht meine ich eben die Frage, musst du deine Satzung insoweit anpassen, als dass du, als dass eine Mitgliederversammlung als höchstes Organ des Vereins die Möglichkeit hast, Aufsichtsräte direkt zu wählen, sodass diese Aufsichtsräte ihnen dann Rechenschaft schuldig sind. Und da würde ich schon sagen, es wäre im Sinne von 50 plus 1, das in diese Richtung zu drehen. Weil sonst musst du ja auch irgendwann sagen, wenn du die DFL verhandelst seit Jahren mit einem Bundeskartellamt, darüber 50 plus 1 und die aktuellen Ausnahmen Wolfsburg und Leverkusen, Klammer auf, Hoffenheim ist ja raus, Klammer zu, durch die Stimmrechts, egal, führt jetzt zu weit, wie du die rechtssicher machst. So und dann musst du dir schon die Frage stellen, über welchen Einfluss reden wir? Muss der Verein, also in dem Fall die Mitgliederversammlung, nur noch Einfluss auf die Folklore haben oder muss er auch Einfluss auf das Kerngeschäft haben? Zumindest ein Stück weit Einfluss, eben über die Bestimmung, wer führt eigentlich unser Kerngeschäft? Und diese Frage, die kann man dann wieder sehr, sehr gut auf den VfB Stuttgart projizieren? Weil nämlich die folgende Frage, es gab ja durchaus, es gab ja auch im Vorfeld der Abwahl von Vogt Gespräche, sogenannte Moderationen und Gespräche über Alternativen. Da wurde ja dem Vogt beispielsweise auch angeboten, aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen zurückzutreten. Da kann jetzt jeder auch drüber nachdenken, ob das irgendwie eine saubere Lösung gewesen wäre. Aber es gab ja wohl auch Gespräche darüber, also dass er Präsident bleibt, aber eben nicht mehr Aufsichtsratsvorsitzender. Da sind wir schon bei der Frage, wie viel Einfluss hat dann ein gewählter Repräsentant der Mitglieder noch? Und das ist ja auch gleichzeitig dann der Unterschied zu Tanja Gönner, die ja eben nicht direkt gewählt wurde von den Mitgliedern. Also weil formal sitzt er weiter, eine vom e.V. entsandte jetzt an der Spitze dieses Gremiums, aber sie wird als solche nicht verstanden. Weil du jetzt gerade das Bundeskartellamt hier mit reingebracht hast, könnten Vorgänge wie in Stuttgart 50 plus 1 zum Kippen bringen, weil das Bundeskartellamt ja immer noch bewerten muss und dabei ist zu bewerten, ob 50 plus 1 eigentlich gelebt wird. Und das ist ja eine Einflugschneise, die jetzt Martin Kind offenbar in seiner Argumentation nimmt, dass er sagt, ja Moment mal, ihr kommt immer hier mit 50 plus 1, zeigt mir mal bitte, wo die EVs gerade in AGs einen Einfluss haben auf die Fußballsparte. Und da haben wir verschiedene Beispiele gesehen. Da kannst du bis hin zu Satzungsänderungsanträge beim FC Bayern gehen, wo du sagen, oder das ist einer der Grundkonflikte, dass es immer wieder heißt, das ist ein EV-Thema, das ist kein Fußballthema. Kann das vielleicht sein, dass Vorgänge wie jetzt hier in Stuttgart das Ganze zum Kippen bringen? Weil das Bundeskartellamt irgendwann sagt, sorry, ihr setzt es ja nicht mal bei einem 50 plus 1 Verein um, dann muss die Regel weg. Also das Bundeskartellamt hat sich, hat ja sehr, sehr bewusst nochmal gewartet auf das EuGH-Urteil zur Super League, weil da ja auch bestimmte verbandstechnische Themen angesprochen wurden. Das wird mit einfließen. Das Bundeskartellamt wird sich sehr genau nochmal mit den Vorgängen rund um das DFL-Votum strategischer Partner, wo es ja die Kontroverse um die Stimmabgabe und das Weisungsrecht Martin Kind gibt. Die werden sich das sehr, sehr genau anschauen. Ob die jetzt den Fall Stuttgart genauer durchleuchten, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich womöglich, dass man womöglich auch dahin mal guckt und dann in der Konklusio die Frage stellt, ist die AG überhaupt eine passende Rechtsform, um 50 plus 1 leben zu lassen? Die Frage, die Martin Kind da aufwirft, die kann man schon stellen, finde ich. Es gibt allerdings auf der anderen Seite auch genügend Beispiele, wo es funktioniert, weil die Konstellation halt auch funktional ist. Der FC Bayern ist ein Beispiel, Eintracht Frankfurt ist ein Beispiel. HSV ist für mich kein gutes Beispiel aus verschiedenen anderen Gründen, die zu erläutern, würde jetzt zu weit führen. Ob das der Fall aber ist, ob das mit einfließt, weiß ich nicht, entzieht sich meine Kenntnis. Okay, das ist quasi die größere Frage und die etwas kleinere Frage und für die VfB-Fans aber drängendere ist, wie wird das Umfeld damit umgehen und darauf jetzt reagieren? Wir haben verschiedenste Stellungnahmen, wir haben verschiedene Kenntnisstände, wir haben sehr, sehr viele Gerüchte, die herumwabern und wir haben aber zum Beispiel ein Transparent gesehen von Kommando Cannstatt im Spiel gegen Hoffenheim, wo drin stand, ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit, diesen Fehler zu korrigieren, nämlich den Fehler, dass Klaus Vogt nicht mal Aufsichtsratsvorsitzender ist und nicht mehr quasi die Personalunion herrscht zwischen Präsident des e.V. und Aufsichtsratsvorsitz. Was glaubst du, wird da jetzt passieren? Das ist ja eine sehr klare Forderung, die ja fast einem Ultimatum gleicht. Ja, man kann das schon als Ultimatum verstehen. Also ganz klar nach der Länderspielpause oder im Laufe der Länderspielpause erwarten die organisierten Anhänger des VfB schon eine Antwort. Ich glaube, dass da auch nicht nur das Kommando Cannstatt, auch wenn die jetzt auf den Transparenten als Urheber waren, gesprochen hat, sondern auch viele weitere Fanvereinigungen. Tja, was wird da passieren? Es gibt Gespräche offenbar. Ich weiß nicht, wie diese Gespräche laufen. Dass sich die Fanvertreter oder die Vertreter der Fanorganisationen mit Ausnahme dieses Plakats bisher noch nicht dezidiert öffentlich geäußert haben, lässt bei mir so ein bisschen den Schluss zu, dass die sich selbst noch nicht ganz einig darüber sind, was genau sie tun wollen und vielleicht auch was genau sie fordern. Man kann das jetzt, man kann dieses Plakat so sehen, wie du es jetzt gesehen hast. Also zurückdrehen, Klaus Vogt weiter, also amtierender Präsident, machen wir es mal frei von Namen, amtierender Präsident, Aufsichtsratsvorsitzender. Man kann es vielleicht aber auch ein bisschen schwammiger oder weicher formulieren, gewählter Mitgliederrepräsentant, Aufsichtsratsvorsitzender. Auch das ist vielleicht sogar eine Möglichkeit, mit der die organisierte Fanszene leben könnte. Weil wir auch da wieder, da hebe ich jetzt ab auf das, was ich vorhin gesagt habe, wir haben halt da wieder im Prinzip die direkte Eingriffsmöglichkeit oder die direkte Beziehung zwischen Mitgliedern und Aufsichtsratsvorsitz. Die in der jetzigen Konstellation, Tanja Gönner hat jetzt gerade in der Stuttgarter Zeitung ein Interview gegeben, in der sie auch klar sagt, sie ist nur eine Interimslösung. Sie möchte auch gar nicht Präsidentin des e.V. werden, möchte sich da offensichtlich nicht zur Wahl stellen. Das ist in der jetzigen Konstellation ja nicht gegeben. Und womöglich werden sich die Gespräche auch darum drehen, dass man jetzt sagt, dass Adrian das macht oder Christian Riedmüller. So, und auf der anderen Seite hörte sich ja jetzt das Statement von Vogt in der vergangenen Woche schon so an, als würden da im Hintergrund noch einige Dinge laufen, also auch rechtliche Überprüfungen und so weiter und so fort. Also ich glaube, von der Front ist dann auch noch was zu erwarten. Das heißt, um irgendwie vorsichtig versuchen, zu einem Fazit zu kommen. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir gerade nur Bestandsaufnahme machen konnten. Definitiv. Und dass wir in ein paar Monaten nochmal zurückblicken und uns gewünscht hätten, schon gewusst zu haben, was jetzt noch passieren wird. Du hast in deinem Buch Kapital oder Kurve quasi als die Grenzlinie aufgemacht und das kann man ja sehr gut nachvollziehen an dem, was du jetzt erzählt hast. Es ist auch nachvollziehbar aus beiden Seiten, sowohl dass Investoren, die Geld geben, Einfluss haben möchten, als auch, dass der Verein sich eines gewissen Einflusses erwehren möchte und ja auch muss, laut 50 plus 1. Mein Eindruck ist aber, und das habe ich auch nochmal gewonnen, als ich dein Buch jetzt nochmal gelesen habe, es kommen ja unglaublich viele Namen drin vor, so viele, dass es hinten ein Personenregister gibt, für das ich sehr dankbar war. Da konnte ich nochmal nachschlagen, wer war das jetzt nochmal? Ach ja, genau. Stimmt, der kommt ja von dem und dem Unternehmen. Mir scheint es auch so zu sein, dass wir hier eine bemerkenswerte Ansammlung großer Egos haben und zwar in der Historie des VfB Stuttgart, aber auch aktuell. Und da würde ich persönlich, ohne die jeweils Beteiligten persönlich zu kennen, das muss ich dazu sagen, aber ich würde da alle mit einbezieht, von Klaus Vogt über die Vizepräsidenten bis hin zur Investorenseite. Ist das vielleicht das Grundproblem, dass man es über die lange Zeit gesehen nicht schafft, den VfB Stuttgart über den Rest zu stellen, über persönliche Eitelkeiten, über vielleicht auch, wie man sich miteinander auskommt und über das Klein-Klein des Tagesgeschäfts. Ist das vielleicht das Grundproblem? Ja, das kann man vielleicht so sehen als Fazit. Ich meine, der Vogt sieht sich natürlich als Vertreter der Mitglieder, wobei sicherlich nicht alle Mitglieder sich in Klaus Vogt vertreten sehen. Es wäre super interessant, jetzt ein Votum zu machen über, keine Ahnung, den EV-Präsidenten. Das fände ich total spannend. Wobei wir auch da ja wieder die Übersetzungsproblematik haben. Der Verein hat mittlerweile mehr als 90.000 Mitglieder. Wie viele kommen denn tatsächlich zu solchen Veranstaltungen oder Versammlungen, Mitgliederversammlungen? Das hat Michael Reschke ja zuletzt in Doppelpass aufgemacht, wobei ich auch da wieder sage, naja, das hinkt halt diese Argumentation, weil das Recht zu kommen hat meines Erachtens jeder. Jeder kann seine Mitgliederrechte wahrnehmen und kommen. Es ist nicht eigentlich Mitglied, weil ich Karten will oder weil ich wirklich Gestaltungseinfluss will. Also das ist halt auch immer so ein Thema. So, Klaus Vogt sieht sich als Vertreter dieser Mitglieder. Ob er das noch ist oder nicht, das können letztlich nur die Mitglieder beantworten. So, wir haben dann auf der anderen Seite, ja, Personen wie jetzt Lutz Meschke, das sind einflussreiche Konzernvorstände, die sind es gewohnt, schon die Spielregeln zu definieren und zu bestimmen. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Clash of Cultures. Es gibt halt, also die Spielregel 50 plus 1 und die Spielregel Mitgliederversammlung, die gibt es jetzt so im normalen Wirtschaftsleben außerhalb des Fußballs ja nicht. Ja, natürlich musst du dich auch da als Aktiengesellschaft an gewisse Spielregeln halten, auch im Zusammenspiel mit deinen, mit denjenigen, die Aktien von dir haben, ja, und die dann auch eine gewisse Einflussmöglichkeit haben. Aber auch da ist natürlich eine, da herrscht natürlich irgendwo ein Missunderstanding vielleicht. Wie funktioniert so ein Fußballklub? Man muss vielleicht auch die Frage stellen, ist es noch funktional 50 plus 1? Weil wir ja schon den einen oder anderen Standort haben in Deutschland, wo man über die Funktionalität streiten kann, meine ich jetzt völlig wertfrei. So, und daneben kommen zweifelsohne, wie du sagst, große Egos. Und tja, mir fehlt momentan so ein bisschen der Abschluss dieser ganzen Thematik, um da wirklich ein Fazit zu ziehen. Weil ich glaube, es sind auch noch nicht alle Dinge ganz draußen, wie bestimmte Sachen wirklich abliefen, wer welche Motive hat, wer mit wem und wer mit wem nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, da bedarf es noch einer gewissen journalistischen Aufklärungsarbeit. Ja, das hast du sehr schön formuliert. Das glaube ich auch. Und umso, umso dankbarer bin ich, dass du jetzt hier warst und uns so viel schon erklären konntest und alles Weitere. Das müssen wir, das werden wir uns genau verfolgen. Wir werden es bei dir lesen im Kicker und in den vielen Podcasts hören und in den Blogs hören, die es da gibt. Das ist ja nochmal so was ganz Besonderes beim VfB, auch was sehr schätzend und schützenswertes, mit aber auch interessanten Eigendynamiken. Da haben wir jetzt gar keine Zeit mehr drauf einzugehen. Aber Benni, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für diese XXL-Ausgabe. Danke dir, Benni Hofmann. Ich sage auch, danke, hat Spaß gemacht, auch wenn es kompliziert war. Es war kompliziert. Es war auch deshalb kompliziert, weil wir große Audio-Probleme haben. Ich weiß nicht, wie du mich gehört hast, aber wenn ich dir ins Wort gefallen bin, dann hatte es immer damit zu tun, dass du bei mir gerade eine Pause gemacht hattest, ich angefangen habe zu sprechen und dann bist du bei mir weitergelaufen. Wir grüßen einen großen Investor bei einem anderen Bundesligisten und ich hoffe einfach, auf der lokalen Aufnahme ist es besser drauf. Ansonsten bitte ich es zu entschuldigen, sowohl bei dir als auch bei den Hörerinnen und Hörern. Es war keine Absicht, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Okay. So, und wenn ich bei den Hörerinnen und Hörern bin, dann bin ich auch schon beim Dank an euch da draußen. Alles, was wir machen, ist rein crowdfinanziert. Wir haben heute mal wieder gelernt, warum das vielleicht ein gutes Modell ist, nicht von einem Investor abhängig machen. In dieser Folge danke ich für ihre Unterstützung. Karim, Lukas, SGE, Kevin, Tortinator, Danny Chilien, Lesmou und Dirk. Sie alle haben uns auf rasenfunk.de slash supportersclub unterstützt. Tut es Ihnen gleich, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ansonsten empfehlt uns sehr gerne weiter. Geht auf rasenfunk.de für weitere Sendungen und bleibt uns gewogen. Das wäre doch sehr schön. Bleibt gesund. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Danke für euren Support und bis bald. Macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank. Uli Hoeneß. Uli Hoeneß.